Ich muss sagen, die Server laufen eigentlich relativ gut. Ich hatte vor allem nur mal einen Lack, als ich Blumen aufgesammelt habe, dass es ein bisschen verzögert war. Nee, ist das Spiel abgestimmt. Ja, das ist Rapp. Ich weiß aber nicht, ob es alles an den Servern liegt. Oh, ich sehe schon Leute, wie sie komplett durchskippen. Holy shit. Oh, ich bin mal langsam, ich habe das Spiel. Nein, sie durchskippen, okay? Wtf. 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 Luna, ich sah auf Twitch so viele Leute, die Skipping-Story und einfach aufgewachsen. Und einfach aufgewachsen. Wtf. ist Rapp. Was? 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 Ich sah auf Twitch, die Leute, die Skipping-Story und einfach aufgewachsen. Ich weiß, die Skipping-Story auch nicht. Ich verstehe, was das今回 die Skipping-Story nicht this fight? Warum das in der Skipping-Story nicht heute ist, warum ist die Skipping-Story nur die Spiel-Story? Und das ist sie alle die Skipping-Story. Und alle Menschen zum Beispiel, nur die Skipping-Story und die Skipping-Story interessieren. Und dann schon um diese Skipping-Story zu ehrlichieren. Ich verstehe. Ja, da war's nicht so viele Skipping-Story. Das ist toll. Ist das, was ein Kui-Story? Ich helge? Oh yes, yeah, yeah, yeah! What the fuck, where's the fucking Busy? Yeah, yeah, give me Nio, yeah, yeah. I got it, I got it. Let's go! Yeah, 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 yeah. You see that ass? Look how he's shaking that ass. What? Oh, 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 I thought about something else. Oh my god. Oh, what the fuck? No, it kills me, what the fuck? The power of party. Yeah. Come. What the fuck, I love it. Yo, what's going on with his eyes, please? Oh my god. Oh, 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 oh. Eh, 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 eh. Do you remember when I told you the dash, dash and attack? I rechecked it. Hold the left, hold the attack and hold again. Yeah. Hold two times. The attack, the attack. Hold the attack and hold the attack and just punch. Oh my god, You take the attack and hold the attack and hold while Iも in the attack and hold the attack and hold the attack and hold the attack. Ah, that's okay, I can see you, wait. Also ich glaube nicht, dass viele, wirklich so viele auf OID hanten. Die meisten spielen das einfach, wenn sie ausgeschlafen haben oder von Arbeit zurück zu lassen, so. Ich kann gar nicht wissen, wie es dann aussieht. Hey, Luda, we were talking about, it's now in the night time, so not many players will play the game, so the servers will be good. But I don't know if it's, yeah, we'll play it later. Geil, ich bin jetzt wie Topzern hier rumflogen. Not everyone is insane to play in the middle of the game. LOL, LOL, du hast das auch in dem Moment gesagt, als ich das freigeschaltet, komm mal mit zu. LOL, haben wir das gerade gleichzeitig freigeschaltet? LOL, what the f***. Äh, ist er? Oh, okay. Ehh, ich sag's. Can you attack with her over one time? Yeah. She just punches you with the sword face. Oh, no, yeah, I see. That's so cool. You can swing how Tatsan in the city. Look at this. Oh, wow. Spiderman. 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 Oh, what? Hey, hehehehehehehehehehehehe. I can move in the casino. Oh, nice. Wie bitte? Du kannst Tränke hier generieren. Bist du eigentlich wieder live? Ich bin wieder live. Achso, warum sagst du nichts? Sag nicht, dass es sich jetzt wieder aufgenommen hat. Also muss ich Werbung gucken, weil ich den Zap nicht habe, weil ich nicht angemeldet bin. Was soll denn das? Na egal, ich könnte ein bisschen Werbung. Wir verwenden nur eine. Ah, das ist ihr Leben. Was ist das? Juna, 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 Juna. Yes. Can you look at my screen? Can I look at your screen? Yeah, you can run the wall when you run directly on a wall and you'd run the wall up or down on the inside. Oui. By the way, I saw something. I need to test it. I saw it in a video. Wait, wait, wait. If you can jump over this? Oh, yeah! What? You saw it? Parkour. Look at this. Okay, now. That's way better. See that? Oh, wow. That's so cool. You don't need to jump by yourself. The synthesizer is actually the same as the, um, like the one table for the things to be done. Craft table? Yeah. Craft table. I'm not so far, I'm not so far. You're already further than me, I'm just noticing. Look at my fucking screen. What the fuck is that? It's all purple. And not pink. It's pink. I'm not a Roman. Give me blue. Resonator. Alligator. See you later. Hey, that's Mortify. Mortify. You, 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 you're right there, where you're shits, babe. That's Mortify. You, 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 you're right there. What is... Mortify? Ich weiß nicht, ob die Dab von YangYang ist so... Ich weiß nicht, ob sie so lang ist. Sie spricht so lang. Ich weiß nicht, ob die Dab von YangYang ist, aber ich weiß nicht, ob die Dab von YangYang ist. Okay, genau, Nevermind forgot it. Wobei, man muss sagen, sie hat einen sehr guten englischen Akzent. Deswegen war ich verwundert. Ich dachte, das sind alles Engländer, die dort sind. Also, dass die die Englisch sprechen. Nein, nein, das waren alle Chinesen. Crazy? Aber nicht alle. Äh, bist der Moderator, der Schwarze war auch ein... Der Moderator, der war auch gefühlt amerikaner. Ja, aber auch der Schwarze, aber die... Äh, er ist ja vom chinesischen Studio. Wow. Aber warum sagen wir Schwarze, hä? Rassist. Quarte? Wir sagen, Black Guy ist racist. Elba ist racist. Er hat nicht Black Guys. Der Neger-Kuss. Yo, yo! No, you're streaming, bro! Don't say it! Das hört sich arschhaft nach dem anderen Wort an, ne? Water. Not Water, huh? Fast. Like, like this. I write it to you. Perfect. We cannot say the mystery. Then you will get banned. Insanly. Doch, dann kann ich es ableiten. Vom koreanischen Wort. Tantikin, Vom japanischen. Möw hitz no kukkan. Ich sag nur Naruto. Okay. Funny thing, I cannot go higher than 60 FPS. On iPad. Aber hier gibt es das komplett anreichend. Also, wenn wir FsR, das haben wir gar nicht im PC, oder? Du kannst den Haken auf dem Kampf nützen. Ja, das weiß ich. Alter, warum sieht das Game auf meinem iPad viel besser aus als auf PC? Da stimmt irgendwas nicht. Na ja, also, ähm, ja. Spielschirm vom iPad ist auch besser wie den, wo du sicher ist, auch da hast du nicht. Ja, das sowieso. iPad ist ja viel klar, oder sicher ne Ahnung. Ich war ein wenig. Ich habe gesagt, dass die Spannung auf die Kiere gemacht werden müssen. Und zwar, wiegenden Sie mir. Ja, wiegenden Sie mir. Ich habe gesagt, dass du sie selbst mit dem Kampf nennen. Ich habe gesagt, dass es keine Spannung auf der Länge gab. Oh lol Hey Hey You need to do something Jump and then when you jump Press the dodge button Jump Jump and the dodge button She do a little spinny spinny Yeah Okay And you can activate The glider You can try it That's cool I will now Say goodbye guys I will go now Yep It was nice Shit You're welcome And thank you for having me No problem Then have fun guys Thank you You too And I will not spoil you Want to get some screenshots maybe Go back to the front of the door Oh god Okay Bye bye guys Bye bye I'm 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 Okay Okay Zika, du bist schon wieder ein bisschen weiter als ich Ich bin gerade mit Bei Ji am reden oder wie es hier heißt Ja Ja Das sieht aus wie ein Erwitz wo du gerade bist Oha Oh 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 Was ist in der Sonora passiert? Ich möchte noch mehr Informationen. Das ist ein großartiges Zandzo. Das ist kein Dank. Ich glaube, das ist ein sehr starkes Zandzo. Was denkst du, wie diese Spiele jetzt mittlerweile sich schon angemeldet haben? Weil jetzt sind die Server ja richtig online, zumindest so wie es gesagt wurde. Naja, das kann man auf einer Internetseite sehen. Oh, weird? Ja. Wie heißt sie? Da gucke ich immer, wie die Aktivitäten sind. Boah, ich muss sagen, ich liebe diese Grafik, ne? Mhm. Mein Gott, ich hab den Wolf. Wie geil ist das denn? Boah. Also irgendwie hab ich mir das richtig scheiße vorgestellt mit den Echos. Dass ich sie nicht benutzen werde. Aber ich find die richtig geil. Ja, die Echos sind richtig geil. Also ich hab mir die irgendwie schlechter vorgestellt. Und du hast Healer-Echos, du hast, äh, Verteidiger-Echos, Buffer. Also wenn du da bist, dann lass mir sofort zu uns. Boah, Baysi ist ja voll hübsch. Holy Shit! Uh, ich hab die Banner freigeschaltet. Ja, um Spoilers, hä? Ich muss einen Banner sogar einsetzen. Warte, 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 warte. Das ist die erste Animation, also du musst den einmal ziehen. Und ist der Banner schon da, wo wir uns aussuchen können? Also, ja, du hast, so wie ich es auch verstanden habe, du hast den mit dem verminderten Preis. Wenn du den fertig hast, kommt erst der nächste Banner, wo du den Charakter wählen kannst. Okay, das ist cool, das ist cool, das fühle ich. Okay, das ist cool, let's go. Ey, by the way, nicht poolen, nicht poolen, wir müssen das in unserer Welt machen, nicht vergessen. Wenn ich poole, muss ich in deine Welt kommen und wenn du poolst, musst du in meine Welt kommen, ne? Für den Rabatt, was die gesagt haben beim Livestream. Kannst du dich noch erinnern? Äh, ja. Wenn du bei jemand anderen poolst, kriegst du 10 Pools geschenkt oder so, ne? Okay, ja. Also, ist dein Peti billiger bei den Dings, für deinen Five-Stung? Weil dein Peti wird auch nicht übertragen in den normalen Banner, ne? Bei dem Beginner-Banner. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob du ihn spürt. Ja. Ja. Sie hat die Waffe nicht. Ja. Ja. Ich weiß nicht. ich finde es gut dass sie auch event dazu geschrieben haben hast du bei den meisten spiel nicht also ich hoffe so sehr dass ich ein korn und jeng sing oder kultur bekommen so oder so der ist richtig crazy ich hoffe so sehr dass ich keine 10 bekommen hast du auch gesehen fehlt wenn du die charakter weiter aufwerten möchtest kannst du das entweder kannst du puls kaufen oder kannst die charakter einfach aufwärts mit den ersten oder was kannst du kaufen wenn du ja puls und die charakter doppelt kriegt kriegst du ja eine separate währung also mein so aufleveln ja du meinst die 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 wie gern stoppen das ist womit monatliche puls kaufen kannst du das ist da wurden die permanenten puls kaufen kann man nennt das ist cashback puls das ist aber okay du kannst mir constellations holen genau du kannst entweder cashbacks oder du kannst dir weitere konstellation für den charakter du musst du eigentlich nicht liegen nie auf konstellation gehen sondern kannst du die dann erspielen irgendwann ja oder halt was ich bin geil ist es ist so wie sie es im stream gezeigt haben kannst du quasi auch deine 5 stars so aufleveln aufleveln wie meinst du das heißt sie auf c6 bringen hast du ja das meine ich ja das haben wir doch gerade schon gesagt aber wie lange das dauert wenn wir am ende mal sehen ja also die preise waren richtig heftig so 2000 müssen davon haben weiß nicht wie das jetzt kann ich auch meinen ersten tun machen wird wahrscheinlich auch sie sein auch schon die cool animation so geil ja hier kannst du sogar eine waffe auf dem standard banner das ist ja mal richtig cool aber im standard das ist das ding 6 euro kostet doch es ist leider jetzt nicht spät ich hab leider war ich nicht zu früh ich hätte das ist ein bisschen schneller diesmal durchmachen sollen vor 20 minuten Nein, hier seh ich gerade No, 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 wait Du kannst dir sogar die Charaktere holen, ohne die zu haben, kann das sein? Nee, nee, du kannst sie nicht holen Stimmt, ja, okay Na gut, never mind Dann vergiss ich, was ich gesagt hab Ach, du kannst dir auch nur zwei Stück holen innerhalb von 20 Tagen anscheinend Ach nee, du kannst insgesamt nur zwei Stück holen Oder Young Young zum Beispiel steht hier und bei NG einmal verfügbar in 40 Tagen Ja Was ist das? Ein Gerät zur Verwandtung verwandt wird um 5 Sterne Akkus zu Ah ja, Polen haben wir ja gesagt, machen wir dann Ach, hier gibt's auch noch 3er Team Ah, okay Stimmt, es wird ja auch nur ein 3er Multiplayer geben Ach, irgendwie ein bisschen Scheiße finden Doch, das nehmen wir Wie können wir das schon machen? Ich muss sagen, auf TikTok wird Rowing Waves irgendwie dumm gemacht in letzter Zeit Alle sagen Power Fantasy 2.0 Werden wir ja sehen, wie das bedeutet Ja Jo 140.000 Leute spielen gerade über den Waves crazy aber bist selbstständig positiv vom Spiel, muss ich sagen mal gucken, was Endgame-Content sagt da bin ich irgendwie ein bisschen skeptisch bei Endgame-Content das ist irgendwie am Anfang immer bei den meisten spielen so gut gibt es überhaupt schon den Battle Pass? ja, anscheinend schon ich bin mir aber da nicht sicher wenn man R5 drückt wird dann ein bisschen angezeigt irgendwas mit Part 3 kann ich aber nicht oder R4 oder R4 keine Ahnung irgendwas wahrlassen sagt ihr dir irgendwas mit dem Pass? ich gehe mal in den Laden das habe ich schon genau das ist schon zu spät und schon zu kaufen ja, das ist es nicht Punkteladen auch nicht könnte sein, der kommt vielleicht etwas später müssen wir das Spiel noch etwas weiter spielen ich gehe gerade den Mann nicht zu spät denn irgendwie gefällt mir mir auch ich weiß es nicht das nervt mich nicht und das ist ja auch ich bin mir nicht das das war das war das war das war das war fällt nie oder so spiel es geht auf dem maximum an grafik und fps es sieht aus wie auf dem pc gerade und es läuft sehr gut auf mein ipad ich bin positiv überrascht das ist sehr gut für mobile aktivieren sie sagen mein ipad wird ein bisschen warm heißes nur warm also die haben dann einfach meine meinen dialog es gibt ich konnte nicht mehr fertig lesen wir mal durchgezogen sein denn das 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 Ich habe den Schmutzpagnen gefunden. Wer ist denn? Hier ist auch ein Ergebnis der Schmutzpagnen. Diese Mangoschin ist kein Schmutzpagnen. Die Karte der Schmutzpagnen sind sehr kürzisch. Ich habe bis jetzt noch nicht mal eine Kiste gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon mehrere gesammelt. Ich habe auch gesehen, dass schon wie die Games gespielt haben. Ja. Ja. Ich merke auch, dass Rolling Waves gar nicht im Discord anerkannt wird als Spiel. Ich habe nie darauf geachtet, was denkst du, wie lange das dauern wird? Ja. Ja. Ich bin ja wieder da. Okay. Ja. 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 Es ist... Es gibt zwei Bilder. Oh... So, das ist ja passiert. Okay. Ich weiß, ob ich die Leute schauen, aber ich glaube, es ist nicht die Ereis. Ich weiß, dass ich die Ereis nicht so gut bin. Okay. Jetzt. 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 Judge! Daher! Take- Version... Daher, bist du S mikorafrag. Wie me pensa quando du S mikorafrag. Du bist lach diapers, der suspended des momentanorama? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Ich weiß nicht, ob es wieder... Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht... Ich kann es sogar freilassen anscheinend und die meckern nicht rum. Das ist ja mal cool. Zwölf Zeichen. Ich kann es sogar meinen geliebten Punkt reinmachen. Jetzt kann ich auch meine Sonderzeichen reinmachen. Ich habe nämlich in Genshin ein Sonderzeichen drinne, kennst du ja? Ja. Kann ich die hier auch reinmachen? Gehe, wenn ich. Also Punkt geht schon mal. Das heißt, das muss gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Stern ich hatte. Ich hatte gerade den. Es geht sogar, cool. Ja, aber Hauptsache, was nicht funktioniert, ist ein Ü, E, also die Buchstaben mit den Punkten drüber. What? Okay. Ja, weil ich habe meinen Standartspruch... Was hast du versucht? Ja. Mein Standartspruch konnte ich nämlich nicht... Ah, du meintest hier. Ja. Ich bin mal gespannt, ob man auch mehrere verschiedene Gläuter bekommt später. Du kannst gerne Fragezeichen reinmachen. Ja, ja, ja. Aber du kannst diese Sterne reinmachen, oder? Ja. Okay, Bruder, das checke ich gerade nicht. Warte, gibt es Sonderzeichen, Fragezeichen? Dann glaube ich aber das. Oder du denkst, das würde ich nicht mehr, wenn ich einfach ein Fragezeichen reinmachen? Das einfach kopiere. Oh, das würde sogar funktionieren. Guck mal, was sagst du, meine Bio? Die ist jetzt gut, ne? Warte, ich gucke euch. Ja, kotz her. Oh, kann ich dir zeigen, hier. Immer den Genshin-Anspiel, Jungen. Galerie? Was ist das denn? Schön rosa. Guck mal, wie scheiße das aussieht, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, Junge. Warum passiert mir sowas die ganze Zeit? Ich krieg Grafikbranks, ich krieg diese Branks, ich krieg das. Ich glaube, wenn du willst das Spiel einmal neu starten, dann geht's. Ich glaube auch, ich sollte auch mal meine Grafiktreiber updateen, so das ist ja auch mal eine gute Idee. Ah, ich kann nichts kochen. Aber ich werde jetzt nicht... Wir machen, weil ich werde eh bald aufschneiden wahrscheinlich. Hab kaum hier schlafen. Ich wollte wenigstens gerne mal anspielen. Ah, ich kann Rezepte eher kaufen. Du wirst wahrscheinlich ordentlich durchziehen, hab ich das Gefühl. Ja, dafür hab ich ja extra mein Schlafrhythmus angepasst. Jetzt hab ich meine Rezepte gekauft, kann ich dann eine neue Sache kaufen? Natürlich kann ich nichts kochen von meinen neuen Rezepten. Ich denke, die werden auch noch eine App herstellen, so wie Hojo Lab. Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist eine gute Frage. Hast du schon den neuen Hojo Launcher gesehen? Ne. Es gibt jetzt... Wir haben gestern einen Launcher-Release, der heißt Hojo Play. Da kannst du jetzt alle Hojo Games starten. Ach, das ist geil. Das haben die gestern erst angekündigt und gestern rausgebracht. Aber das soll anscheinend noch nicht für jeden gehen. Das ist gerade noch in... Das wird für jeden nach und nach freigeschaltet, so wie ich es mit Glück habe. So wie ich es gelesen habe. Ich kann dir mal ein Bild davon schicken, ich hab schon ein Bild davon, wie das aussieht. Ich finde, das sieht jetzt nicht besonders aus, aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich finde halt die Funktion geil, dass du alle Hojo Games starten kannst. Ja, weil das Problem ist, hast du zum Beispiel ein Update bei Genjin und ein Update bei Honkai, kannst du nicht die beiden laufen lassen, obwohl das zwei separate Launcher sind. Du kannst nicht nur, warum? Ganz einfach, weil der Launcher sich verbindet mit deinem Account. Und der Account kann nur auf einem angemeldet sein. Zugleich. Hier habe ich doch das Bild. Ich schicke es dir auf Insta, ja? Okay. So sieht der Launcher aus. Der ist gestern verfügbar geworden. Und Resin wird erhöht, ne? Ganz wichtig, Resin wird erhöht. Haben die offiziell angekündigt. Und mehr Spiele, du kannst mehr Spiele an deine FL reinpacken. Habe ich hier noch reingepackt. Resin wird auf 200 erhöht, wo ich mich übel beschwert habe. Warum 200 macht doch 240? Aber besser als gar nichts, bin ich dir ehrlich. Trotzdem, 240 hätte viel mehr gepasst zu Honkai. Weil das nervt einfach. Warum sind nicht beide 240, weißt du? Aber die wollen ja nicht zu hart gönnen. Aber da hast du auf jeden Fall schon mal in den Launcher, wie er aussehen wird. Da ist auch schon Zendeson Zero mit dabei, sehe ich gerade. Ich gucke, ob ich den Launcher schon habe. Ich denke nicht. Man sollte, wir haben gesagt, man soll Genjin ganz normal starten. Und dann in den Launcher von Genjin irgendwie in die Einstellungen geben, ein Update oder so überprüfen oder so. Und dann klickt man das. Ich habe das jetzt noch nicht getestet. Ich habe das voll vergessen, wie er zu machen. Das ist mir erst gerade wieder eingefallen. Weil ich gerade am Launcher belegen war wegen Woodrowing Waves. Okay, meinen Launcher kann ich ja dann nicht upgraden. Ich gucke mal, ob es ein Dings klappt. An sich kann man ihn, glaube ich, auch einfach runterladen. Der heißt Hoyo Play. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 B ist Backpack, ganz klar, C ist Charakter, V weiß ich noch nicht, was da hinkommt, wird bestimmt aber noch was kommen, X ist nichts, klar. Doch ich sag ich sag, ich sag, der ist runterfallen, Gut, ja, gerade aber in der Lobby nichts, na gut, meinst stimmt. Ich würd echt gern Multiplayer frei haben, ich würd echt gern poolen, ich hab Bock zu poolen mann. Wo kannst du Pfuffen herstellen? Wow geil, du kannst auch Pfuffen herstellen. Das ist ja klar gewesen, wie man das kann. Ah, die Map ist noch nicht so groß, seh ich gerade, die ist noch relativ klein. Das ist aber auch anfangen erst. Ich hab ihn ein bisschen größer vorgestellt, mal gucken wie sie hier ist, also in der Karte sieht sie so big aus. Ja, aber Genshin war ja auch nur Mondstadt und Liebe. Genshin, ja. Liebe war da auch noch nicht da. Doch, dort ist Liebe und Mondstadt. Am Anfang? Ja. Aber nicht die Main City, oder nicht? Doch. Wusste ich gar nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, ich kann mich nur an Mondstadt erinnern. Ich weiß gar nicht welche Waffe ich da bei den Purple Ding annehme, aber ich glaub das wird das Schwert, was du auch genommen hast. Und mit denen kann ich am meisten anfangen, ne? Ja. Oh ja, wo ist denn das? Kann ich denn das einlösen? Musst du doch im Momentar sein, oder nicht? Ja. Wo ist das? Ah, hier. Die Waffen muss man wahrscheinlich auch leveln, ne? Ja. Ja. Boah, dieses Menü, das gibt mir so Genshin-Vibes. Da kann man sagen, was man will. Das ist Constellation, das ist Datenbank, das ist Talente, das ist Artefakte, das ist Waffe. Und das ist der Kerat an sich. Und das ist der Kerat an sich. Oder das ist der Kerat an sich? Oder wenn es die Kerat auch ausgedrückt ist. Und das ist partes. Ich weiß gar nicht ausgedrückt. Dass ich mich nicht selbst in einem Tier am Spot. Der Kerat. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob. Ich weiß gar nicht, ob wir, wie ein Tier. Das ist ja gar nicht zu sein. Das ist das Alter, ich würde mich nicht immer ganz richtig rum. Ich muss sagen, das Liener-Schwert passt so gut zu YangYang, auch vom Farblichen her. Loi, warte mal, hat sich die Farbe verändert vom Fight oder bin ich gerade lost? Wait. Ne, ging nur gleich aus. Ok, gut. Dachte schon. So läuft das. 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 Ah, missed. Was ist immer mit dem Multiplayer freischalten? Ich will nicht Multiplayer. Ich will poolen. Das lese ich mir bestimmt nicht durch. Dafür bin ich zu kaputt, Alter. Nein, da falle ich runter. Nee, das ist schon umstrengend. Aber was mich ein bisschen nervt ist, dass die ID... Warum steht da Benutzer-ID noch da vorne? Das nervt irgendwie ein bisschen. Wir hätten das Benutzer-ID ruhig weglassen können, bin ich dir ehrlich. Ich glaube, das ist nur ID. Da stehen wir aber nicht. Wenn ich das ganz gut bin, kommt der Fall. Das so, ihr habt ihn, wenn ihr den Boden ver ned? Oder gibt es da LSD-IDB vor mir. Ich bin nicht nur noch selbstständig. Aber ich kann das Problem. Ich bin nicht genug. Das war's für mich. Ich bin nach mir. Ich bin unerkannt. Geh schaft. Das war's für heute. Vielen Dank. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das war's für mich. Ja Ich habe ihn mit ihr. Ich bin mit ihr. Ich bin mit ihr. Wenn ihr euch an Bogen schreit. Ich bin mit ihr. Ich bin mit ihr. Ich bin mit ihr. Ich bin mit ihr. Okay, was ich gut finde, ist, du kannst Drittanbieterdieze nicht einfach so löschen. Das ist gut, das heißt, wenn dein Account mal gehackt wird, kannst du dich immer noch mit Drittanbieterdieze anmelden, wie Google oder so genau. Ja. Ich finde das eh so, warum es keine Zwei-Stufe-Gefianifizierung gibt. Oh, das ist ein enormes Ding! Aber es ist ein Passwort. Ja, zum Passwort wechseln, das ist dann. Das heißt, wenn jemand in dein Account kommt, kann er nur ein bisschen auseinandernehmen, dein Account. Apple kann ich leider nicht verbinden, habe ich gerade mitbekommen, weil das noch mit einem anderen Account verbunden ist, so wie ich es wusste. Das heißt, ich darf mir jetzt den anderen Account löschen, so wie mache ich das? Gute Frage jetzt. Oder kann es sein, dass ich keine Zwei-Stufe-Gefianifizierung habe, weil das an meiner IP vielleicht verbunden ist? Hm, nee, weil deine IP wechselt ja auch, wenn du auf dem Telefon bist. Ich verstehe. Na gut, dann haben die wirklich gerne zwei Stufen getrennt. Und ich hoffe, das kommt noch. Also gut, dann muss ich mein Apple-Pante löschen. Ich bitte... Also gut, dann sind shocked. Denkst du, es ist möglich, dass ich einfach meine Apple-ID mit dem Account N verbinde? Also, dass ich das von Apple aussage, dass sie mich da raus machen sollen? Denkst du, das funktioniert eigentlich, stimmt, oder? Müsste funktionieren. Dann wird der Account-Glauber aber automatisch gelöchtern, ne? Ja. Nein, warum fliege ich so weit? Ja. 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 שר tane... Ja. Ich will die die Lichte verwenden. Dieses Konto ist bereits mit einem anderen Konto verknüpft. Oh, hier ist schon Morde und Jax drin, da sehe ich gerade, am 26.1. wurde das verbunden. Hä? Ich mach das einfach mal weg, hab ich jetzt deswegen nicht geschafft. Ich glaube, das ist aber jetzt kapiert, das ist eigentlich hier das Konto. Okay. 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 Das war's für mich. nicht zu filmen mit zu filmen ich krieg das schon irgendwie hin wie kann ich mich ausloggen also akku vom ipad ist ganz okay bin jetzt seitdem das spiel draußen ist die ganze zeit im spiel gewesen und habe noch 72 prozent das ist relativ gut dafür dass das auf höchste grafik die ganze zeiten dass ich glaube mein handy wird schon immer ja ja das sein dass man sich jedes mal wieder anmelden muss im launcher Ich bin gerade aus dem Spiel rausgegangen und musste mich wieder neu annehmen. Das war eigentlich nicht so, man ist recht. Sonst hab ich das ja auch immer automatisch eingeloggt. Ah, ich hab ein Blockflieger erwischt. Davon hatte ich gelesen. Da sind solche Flugtiere, die Astros in sich tragen. Oh, okay. Du kriegst nicht viel, also ich hab jetzt nur einen bekommen, aber die spawnen einfach random. Du hast doch 10 bekommen, den Astral. Ah ja, 10. 1 hab ich bekommen, weil ich die Erklärung gelesen hab. Okay. Ich bin nicht echt nicht geschaut. Ich kann das wieder beschreib. Das war's für mich. Ich stelle mal vor, dass ich mich jetzt entverbunden habe, habe ich gar nichts mehr auf mein Konto. Das wäre schlecht. Ich habe das ja jetzt entverbunden, das wird jetzt ein Problem. Doch, ich habe einen Account. Perfekt. Dann logge ich mich mal ein. Jetzt muss ich meinen Charakter auswählen, will ich aber nochmal den weiblichen. Wird eh gelöscht. Also nicht, dass die denken, ich mache gerade sonst sowas, weil ich mich hier mit drei Accounts auf einen Standort einwirke. Nicht, dass die meine Accounts nicht legen. Gibt es da nicht irgendwie Probleme, wenn man sich mehrere Accounts macht? Eigentlich nicht. Ich sehe ja nichts aus. Dann haben wir es damit. Ach so. Okay, gut. Ach nee, jetzt muss ich basically, das ist der Fall, ich bin bis ich in die Einschneiden komme, um mein Konto zu laufen. Ist das gleich. Hier sind auch die gleichen Missionen wie bei Genjin, wo du Fasser umschießen musst. Hier ist wieder so ein Rätsel. Das erinnert mich voll an früher mit den Puppen und Spielen, das hier. Der Team liegt wieder bei mir nicht. Äh meine Güte. Jetzt habe ich Werbung. Oh nee. Ich werde verrückt. 2 Cs. Vergiss das nicht auf die Map zu markieren, ne? Nee, das mache ich jedes Mal. Gut. Guck mal, was wären manchmal Leute ohne mich? Aber die Map hatte ich ja schon. Retour. Trotzdem, du hättest es ohne mich nicht markiert. Das war's für mich. Ach nö, das ist sicher wieder, ich glaube das ist wieder so ein Level 45 ergegnet, oder? Jooo, das ist ein Level 40 ergegnet, gegen den werde ich nicht kämpfen. Was ist denn hier denn, Victor? Das ist richtig cool mit den Knochen. Äh? Schick's dir. Ja. Der wohnt immer noch auf den Chat achten, Kollege. Oh, ich hab... Hey, Panda, wie geht's? Schon lange nicht mehr gehört. Ersterf? Ist die Musik zu laut? Ja, das Game an sich ist ein bisschen laut. So, ich hoffe du hörst mich jetzt besser. Und was mir grad auffällt, bei dir hört man ein sehr, sehr schlimmes Störgeräusch. Jetzt weniger? Ja. Ja. Ja, jetzt ist es so gut wie komplett weg. Habe ich einen Ventilator oder so? Kann das sein? Äh, ist mein Ventilator. Ja, war klar. So, das hier ist gemacht. Ja gut, ich weiß nicht woran es liegt. Ich habe alles geprüft. Ich habe auch für heute keine andere Streams laufen. Die Bitrate ist eigentlich in Ordnung. Die liegt bei 6000. Wanten? Ja. Ja, 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 ja. Wann ich noch mal gucken. Oh, stimmt. Nicht, nein, 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 nein. So ist es noch ein, so ist es exposed. und was gibt es bei dir so ein neues zauber auch Jetzt muss ich 30 Tage warten, ja, geil. Wie viel kostet die überhaupt ein Pool, ist es 300, 160, ich habe jetzt, ja, ich habe fast schon genug für einen 10er, ich bin bei fast 1400. Oh, ich sehe gerade deine Standardpools sind auch hoch, ich will jemanden im Pool sehen, ich will am liebsten selber brüllen. Wo wollte ich hin? Stimmt, ich wollte hier runter, ich wollte den Teleport mal aktivieren. Das ist immer so schön, TPs aktivieren. Aber die haben sich es mit der Map ziemlich einfach gemacht. Bei Genshin unterscheiden die noch über kleine Rätseln, über verschiedene Aktionen. Hier werden alle Aktionen, wo dir eine Belohnung geben, aus Chestern gezeigt. Okay. Und ist gut. Und ist gut. Unter dem hoch aufragenden Wald von Denkmälern ist das in der unteren Ecke besonders auffällig von dem Wind und Sonne oder dem Schwert hinterlassen. Und manövrierten Spur kann die Geschichte der Gründung von Jing-Zu vage erkrankt werden. Wenn der schwarze Mond verdunkelt die Sonne, die drei Augen an ihn holen, zerstören. Selbst wenn die Wille zu fangen besteht, gibt es kein Leben. Ich bin in den Nebel zwischen hell und dunkel zu sehen. Der Generalsweg hat einen Moment des Schwertes. Eine Liste der Mängel der Wind und Wache ist heute in der Zentrale. Oh je, das sind ja alles abgeschickte Texte. Es geschieht fast, wenn ich auf die Glocke schießen kann. Ach nee, da oben liegt was. Wenn ich geschätzt werde. Alter, da ist gar... Das habe ich. Ich habe gesagt, da ist K. Ja. Zack. Guck, wie ist das? Hm, muss ich markieren. Habe ich. Warte, da müsste doch irgendwo noch eine... Kiste in der Gegend... Äh! Das ist ein Stuhl. Ne, die Kiste ist... ...davor. Okay! In einem Gefängn. Auf der Straße. Ja, fühlt ihn uns nicht. Ich zeige, und ne? Läbe. Was es machte? Nein. Keine. Und dann wäre das ¡Frault im Schauf! Nichts! Obwohl die Kiste! Das war's für mich. kriege wieder aus da ist alles daraus meinst du mehr ausdauer oder was ja das gibt's auch cool ja wenn du deine datenbank erweitert kriegst du ausdauer ist aber immer noch schade dass wir nicht mehr als 60 fbs machen können ich dachte wirklich 120 geben ja 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 Das war's für mich. also hier sind leute die sich beschweren dass apple 120 fps hat aber ich habe vor nachgeschaut apple also ich konnte auch keine 120 fps machen und es gab 120 fps wir haben es einfach nur warum weiß man nicht es ist es ist es Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Okay, ich glitsche etwas in den Boden rein. Gut, ich denke, heute Nachmittag wird es, wenn die Leute alle kommen, dann wird es etwas holprig. Bis jetzt sind es nicht mal 200k Leute im Europasserver, ich habe ja gerade einen Account gemacht, da habe ich über die 200k ein bisschen mehr. So, dann habe ich hier aktiviert, was fehlt mir noch? Was denkst du denn, wie viele Spiele ungefähr kommen werden? Ich denke mal nicht über 5 Millionen. Glaubst du? Na, ich weiß es nicht. Na gut, das ist ganz gut. Ja, schwierig. Okay, das ist zwar komisch. Hier auf der Map gibt es eine rote Linie, die markiert eigentlich das Grenzgebiet, aber da sind Stellen, da ist gar keine Antenne, um die Map aufzudecken. Ich sehe es gerade. Kannst du die, kannst du es auf der Map sehen? Vielleicht wird das Story bedingt freigeschaltet, you know? Genau, weil hier habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5... Wird das auf der interaktiven Karte gezeigt? Ach so, da werden die Gebiete angezeigt. Ja, da ist ein komplettes Bergteil. Na gut, dann hat es wahrscheinlich irgendwas mit Story zu tun. So, dann gehen wir jetzt da hin. Hey, guck mal. Die neuen Treiber sind auch speziell für World in Waves gemacht, ne? Okay. Das steht sogar original bei Nvidia, ne? Schau mal, ich habe dir ein Bild gescheckt. Ich lag den mal runter. Okay. Dann kam das Update raus, ich weiß es nicht. Am 21.05., also vor zwei Tagen. Dann schau mal, ich bin sicher. Also hier habe ich ein Bild hinein. Sie sind Droll? Ich habe jetzt! Ich gehe bist das, was ich gue selbst machen. Ch Citimus gehaderte. Ich muss mich selbst machen. Das war's für heute. Das müsste die Kiste sein. Btw, wir haben sogar jetzt über den Rest von Korn, das ist Jinsu, vielleicht hat er den Board rausgeschmissen. Ach, hä, ich habe die doch gerade installiert, das hat nicht geklappt irgendwie. Oh, man, hat es nicht geklappt, was soll denn das? Die, äh, den neuen Driver? Ja, ich habe es runtergeladen und jetzt will er die wieder runterladen. Das ewige Konzert. Ich weiß nicht, wenn ich mich nicht mischt und den hocht. Was ist das? Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich bin gleich. Vielen Dank. 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 ... 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 Okay. O my god, ich glaube Ich glaube ich habe Ich glaube man, ich habe mal Es ist nicht mehr so Ich kann's nicht, ich kann's gobe ich dir vorstellen, das ist so weird Sohn Dann habe ich jetzt die ganze Map aufgedeckt, bis auf diesen einen Teil wohl keinen. Ich habe noch gar nichts in During Waves, ehrlich gesagt, gemacht. Ich komme nicht voran, wenn mich das gerade richtig nervt. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das so ist. Und in Windows, was soll ich denn da eingestellt haben? Was kann man denn einstellen, dort ist die Frage. Na ja, du kannst ja, wenn du bei Bühnechirmen bist, anzeigen, da hast du ja die Möglichkeit, äh... Schau einfach, an sich das. Hast du HDR? Nein. Kannst du ja mal drücken. Du hast... Na doch mal. Ach geil, ich kann das. So. Farbraum, hast du, hast du die auf Standard-Dynamic-Range? Great, ich probiere mal, ob es weg ist. Was lag gerade übel? Ja, und warum lag das? Und das kann ja nicht schlecht sein. Was habe ich eingestellt? Guck mal, ob du den Farbraum auf SDR hast. Wo finde ich das? Der Display? Der Display, ja. Und dann? Das waren es, oder was? Ja, guck mal, da hast du das gleiche. Äh... Hast du es da auf SDR, ja. Great. Es ist weg. Tja. Ja. Doch, es ist weg. Es lag doch an den... Äh, NVIDIA-Dings-Pumps. An diesen NVIDIA-Dings. Ich habe alles zurückgesetzt und seitdem funktioniert. Oh, es ist weg jetzt. Warum war das so? An sich will ich immer mehr Scharbnisse haben, aber nicht so. Das sah schon richtig krassig aus. Das war viel zu viel. Oh nein, jetzt bin ich eine Katanzscheiße. Ich bin nicht bereit, für Storyen ehrlich zu sein. Ich bin gerade... Nein. Der letzte Stand war, dass sie... ...zum Essen eingeladen hat. Äh... Ich bin nicht. Wieder aufs Doha, aufs Doha, kaputt. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Jetzt ist es auch noch auf Englisch. Hey! Heyy! Okay. So, den hätte ich aktiviert. Was fehlt dann noch? Was ist das? Oh, yes! Events, da haben wir Samua. Ich freu mich schon auf sie. What the f... Was hat sie da gerade gemacht? Was macht sie da mit ihrem Mund? Auf damit. What the f... Was die finde ich cool, sie hätte ich gerne. Schau mal, hier gucken wir noch Sachen, wenn wir aufleveln, sehe ich gerade. Galt. Nicht wirklich viel, was man da bekommt. Bundles, Level Bundles. Oh, schon mal 90 Cent. Finden die Preise aber schon wieder ganz schön scheiße. Warum 60 Euro, Junge? Macht mal die Hälfte der Preise und ihr werdet mehr Geld verdienen. ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Es soll auch bald ein Event kommen, sehe ich gerade, das erste Event. Ja, sowieso kann ich schon noch überall hin. Ich glaube, jetzt mache ich Story weiter. Die Hauptposten habe ich hier alle frei. Ich gehe die jetzt auch mal machen. Weil es gibt noch so viele kleine Teleportpunkte, aber die im Laufe der Story werde ich überall hinkommen. Führer 50 Schmarrer-Extreme ist wohl schon durch. Ich kann nicht mehr sitzen, das macht mich schon verrückt. Ich kann unbedingt poolen. Du hast noch Multifahrer nicht freigeschaltet, ne? Warte mal schauen. Bei mir steht noch immer Kooperation nicht verfügbar. Ja, das ist halt wegen mir. Was für ein Level bist du gerade aktuell? Unions-Level da? Stufe 6. Ne, das ist nicht alle... Doch, das ist das, oder nicht? Ne. Das ist nicht dein Level. Ja. Oder? Oder? Geh mal auf die Events oben. Auf hier. Auf die Events. Und dann geh mal auf das Dritte. Auf die Events. Ah doch, dann ist es richtig. Ah doch, das heißt Allianzstufe auf Deutsch. Ups. Ich hatte es gerade noch im Englisch, da hieß es Union Level. Ich will gar nicht die Story machen. Die zwingen mich gerade die Story zu machen. Ja, du kommst erst nach draußen, wenn du das mit Jan-Chi gemacht hast. Jan-Ching habe ich jetzt gern. Danach kann ich raus, oder was? Ja. Danach kannst du rumlaufen, wo du möchtest. Jan-Chinge ist auch immer noch ein Thema. Du hast, übrigens alles. Ich bin zur N swinging-Chi-Jahin-Jahin-Jahin. Du hast, übrigens nicht nur eine退seufe. Du hast, aber dass du Rund-herst du hast, oder nicht jemanden. Du hast, der�지 nicht verstehen. Geh mal? Bist du bist? Du bist nicht von einem Weltkunde. Du hast 20-Jahin-Jahin-Jahin.. Du bist zurückgekommen, aber okay? Das war so, dass ich vorhin schon seit Jahrzehnten über den Jungs fliegt. Dann bin ich auf den Fukuhae. Ja gut, es wird immer unmöglich für mich zu sitzen. Jetzt fängt auch nur die Sonne in meiner Fresse zu scheinen. Bei mir schon, ja. Und bei mir ist das Fenster genau da, wo sie aufgeht. Und das macht für mich das Zocken unmöglich, weil ich sehe mich mehr in dem Bildschirm als mein Spiel. Und ich habe schon in meinem Monitor Bildschirme, die nicht reflektieren, so krass. Weißt du? Ja. Also die haben da schon so einen Reflexionsschutz drin. Wir haben schon 8 Uhr, holy shit. Das Game ist schon seit fast 5 Stunden draußen und ich habe nichts gemacht. So, Herr, strahlt die Sonne auch bei mir rein. Aber was ich nicht verstehe, denkst du die machen noch Doppel-Banner rein? Ich hoffe mal. Ja, denke ich auch. Aber momentan chillen die noch. Weil es so wenige Charaktere sind, ne? Ja. Und kannst du eigentlich schon einen 10er Pool machen? Im Limited? Äh... Warte, ich guck mal. Mach mal was schon. Wo bin ich? Weil du kannst, mach bitte Streaming-Discord an. Ich will es live sehen. Äh... Äh... Ich habe 1000 Dach drunter, ich könnte 10er machen. Oh! Dann mach... Aber nur Limited. Nicht vergessen. Standard-Banner. Musst du in der Welt von anderen Spielern machen. Ich hoffe mal, du bekommst diese Dungeon. Die will ich nämlich auch haben. Die ist echt cool. Gibt es der einzige Charakter, den wir aktuell noch nicht haben. Oder? Zeigt man die Banner-Charakter? Nicht die, nicht die. Die von Gian. Hier. Ah, Mortify. Alle rothaariger. Holy shit. Ja. Diese Dungeon ist cool. Die erste. So, dann probieren wir mal einen 10er hier. Ja. Ich wünsche dir Glück. Das wäre natürlich zu krass, wenn du jetzt Instant-Charakter bekommst. Ah, schade. Ja. Ah ja, es ist nur der erste. Das hat nicht mal einen Charakter, what the fuck. Oh, das Schwert ist cool, das passt so young an. Ja. Das kriegt sie auch. Das! Das ist ja, das ist ja. Das ist ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das ist actually cool. Du kannst anscheinend die Stimme runterladen, ohne überhaupt klar in dem Menü zu bleiben. Jetzt habe ich die japanische Stimme aktiviert. Ich weiß nicht, ob das Insinn übernommen hat. Du meinst, man muss neu starten, oder nicht? Ja. Ja, ne, guck mal. Ne, das hat geklappt. Und der auch anscheinend. Okay. By the way, Miko wollte ja auch auf YD hunten. Sie hat jetzt die OID 200.000 oder so bekommen. Das ist dann auch noch glücklich sein, dass ich einer von den ersten ist. Wow. Ist noch okay, ja. Ist noch okay, solange es unter eine Million ist. Naja. Alles okay. Das war eigentlich Mensch hier unter eine Million. Und ich gedacht, dass ich so niedrig komme. Irgendwie lief der Launch noch besser als erwartet. Gut. Was ist das hier? Bei wo? Ah, äh, das ist ne Schatztruhe. Oh, das war ne Kuh, wahrscheinlich muss ich die mal gehen auf dem Menü, oder? Ja. Ja. Das ist das, was mich aber, äh, aber etwas stört, äh, bei Genshin weiß ich mal, um was für ne Truhe es sich handelt. Ja, genau. Das hast du schon erzählt. Da kann man sich nicht auf der Seite anmelden. Da ist ja, wie, wie behält man seinen Fortschritt dann? Ja. Ja. Man kann sich nicht anmelden. Komplett nicht. Okay. Scheiße. Mal gucken, ob es noch ne andere Karte gibt, wo man sie anmelden kann. Hier haben wir noch eine. Ja. Ja, die sind. Oh, wir haben eine Waffe. Ja. Sie haben eine Waffe. Ja. Ja. Dann sind wir noch nicht mehr. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Ich sehe gerade die Echnos bringen auch sehr, sehr viel an Sachen. Das sind irgendwie die Artefakte gerade. Das ist ja mal weird. Das sind die Artefakte. Das sind die Artefakte. Das sind die Artefakte. Das ist die Artefakte. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier sieht die Kaffling ein bisschen komisch aus bei dem Chat, was nicht passiert. Okay, dann ist das... Wait, kann man die Kisten auf der Map sehen oder was ist das hier? Nein, das ist ein anderes Collectible. Das war's für heute. Oh, hier ist so ein roter Boss, so ein Vodgloin-Boss. Ja, der macht richtig Stämme. Ja, die sollten wir auch nur im Koop am besten bekämpfen, ne? Ja. Damit wir die gegenseitig einsammeln können, weil die nur einmalig sind. Und die töten halt nicht immer zu 100%. Deswegen, wenn du solche siehst, am besten nicht töten. Lass sie zusammen machen. Dann werden wir endlich mal Koop frei haben. Ich würde doch gerne endlich mal meine 20 Pools machen und meinen Glück versuchen. Richtig geil, das ist so ein 2D-Level. Das habe ich auch schon gesehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Wo kann man denn eigentlich das Resin ausgeben oder wie das hier heißt? Weiß ich weiß, das ist noch gar nicht. Ah, das ist auch noch nicht herausgefunden. Na gut. Dann müssen wir mal gucken. Ich habe übrigens das Gefühl, das ist der Teuer geht ein bisschen lang. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar neue Sachen dazu kommen sehen. Jedenfalls, ich sammle, was das zurückhält an Materialien, die ich finde, unterwegs. Und versuche hier den Gegner zu töten. Und versuche hier den Gegner zu töten. Das war's für heute. Oh, hier ist eine gesperrte Kiste. Weiß ich jetzt vielleicht, wie man die öffnet? Äh, ja. Du musst diese Steine... Wait, willst du die Dinger kaputt machen, oder was? Nee, nee, du musst die Steine aktivieren. Okay, und wie aktiviere ich die? Einfach draufschlagen. Sobald sie sich öffnen, dann ist es gut. Sobald sie sich öffnen, dann ist es gut, dass es so funktioniert. Sobald sie sich öffnen, dann ist es gut. 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 Das war's für heute. Das war's für mich. Wie macht man so eine Scheinwand kaputt? Gibt es da irgendwas besonderes, was man beachten muss? Oder weißt du das selber noch nicht? Ah doch, da brauchst du einen Energiekristall. Ein Energiekristall, wie krieg ich es ein? Die sind in der Natur, aber dafür brauchst du noch einen Haken. Ah, sowas hier? Ja. Achso, also die sind immer in der Nähe, die Kristalle, ne? Die sind immer in der Nähe, musst du manchmal suchen. Ja gut, ich dachte gerade, weil du meintest Natur, dachte ich, die sind irgendwo, keine Ahnung, nirgendwo. Oh! Oh, ist jemand hier? Achso, diese Saison? Mit dieser光! Ich fühle mich die Geschichte. zum Wolf nehme ich natürlich auch mit, geht mal her oh schau mal hier ist ne Challenge oder so ne ja was ist denn das was Datenbank, ich sag mal, let's go Ausdauer hab ich jetzt erhöht, durch die Datenbank genau ah cool, nochmal Pools, let's go ich hab echt Bock zu poolen, bin ich dir ehrlich muss ich mal hier machen ok ah, oh mein Gott, das ist voll verfehlt das ist echt cool, dass man 10 S-Stripe bekommt denn dann hätte ich nur 2 gegeben das ist leider traurig, aber naja, so ist die Welt was bist du denn? da ist doch gar nichts geh mal hier hoch weißt du eigentlich, wie man andere Charaktere noch bekommt? also ob man andere Charaktere bekommt? ich weiß noch, Morte kriegt man, ne? ja, du kriegst die paar verschiedene Missionen statt der sind nur noch falsche Freude nice trading, was ist das? oh, das ist zum schießen so wie es ja oh, da war easy ich habe jetzt größt du gehst hier dir ich habe gerade einfach eine truhe geöffnet obwohl ich nicht mal bei der war durch die band geöffnet die war hier oben jetzt kommt mal warum leuchtet die haare so das ist ja nicht normal oder? das war abends da ist ja übelgeil aus ey guck mal ich habe so viele selis gefunden das musst du verfolgen anscheinend ja die selis das sind diese orangenen schmetterlinge das habe ich auch gerade mitbekommen jetzt habe ich es verloren wo sind sie hinten? ah da vorne geil jetzt habe ich keine kiste bekommen habe ich den loot jetzt automatisch bekommen? äh ne du weißt ja es ist wie bei den selis dass du manchmal mehrere aktivieren musst um die schatztuhe zu bekommen sind hier noch irgendwo welche? kann gut sein also laut der map nicht die sagen es soll nur den dingern folgen habe ich gemacht bei denen sieht es genauso aus wie mir dann habe ich es anscheinend die ballonik schon bekommen weil ich habe gerade was bekommen ok dann hast du es bekommen ok dann hast du es bekommen mhm dann ist das einfach wahrscheinlich gut geschrieben ich muss sagen bis jetzt macht mir das game ohne mal Spaß mal sehen wie lange es sich hält ich will mir etwas zu früh sagen endgame content ist immer das schwierigste von den meisten spiel das wäre so schön wenn es jetzt regnen würde ne es muss arschwarm sein und die sammeln in meine fresse also kann man nicht ordentlich spielen ohne jetzt diese rätsel sind geil ich sehe gerade dass du bei den jemanden im chat einfach einen godlink reingeschickt hast naja mein dings hat wieder nicht reagiert ich kann es auch nicht löschen warum auch immer die alpenics können diese schade aber die haare leuchten immer noch doch das scheint aber auch kein bug zu sein guck mal wenn ich sie auswähle fängt es an zu leuchten ich weiß aber nicht warum kann es sein dass hier irgendwas in der nähe ist oder sowas was das zum leuchten bringt ganz gut und und dann Wow. So, ich hab die Nachricht zurückgenommen. Was auch cool ist, du kannst deinen Kochskill hier leveln auch. Okay. Du sagst, du willst Meisterkopf werden, wo du ihn greifst? Jo. So? Ich hab doch... Ah, es gibt zwei Sensoren. Das hab ich nicht gesehen. Ich geh! Jetzt hab ich grad eine Kiste gelaufen, nicht? Bin ich näher. Nee, das kann ich nicht so machen. Das muss ich so... Nee, das geht nicht. Ja. Ja, und man seh die. Wie heißen die überhaupt hier? Ich achte mal jetzt drauf, ob ich die Belohnung dann bekomme. Jetzt müsste die Kiste aber offen sein. Na doch, ja, man bekommt direkt die Belohnung. Wie? Die ist jetzt nicht offen. Was lief denn jetzt? Es gibt noch eine dritte. Das muss man so... Egal wie. So, jetzt ist aber die Schatz... Oh, hier ist noch eine Kriste. Aber warum ist die zu? Ah, Hacken. Achtweiligisch. Was ist das denn? Ja, das ist geil. Das macht echt Spaß. Ah, das ist ja ultra easy. Ich hoffe, dass es nur am Anfang so ist. Ja, es sind verschiedene. Da musst du etwas überlegen. Also das war jetzt ultra einfach. Ist auch bestimmt einfach, ne? Also hoffe ich mal. Oh, da ist noch mal eine Kiste. Ah, da ist noch mal so ein Work. Das ist mir gelieb. Irgendwas mir richtig freut, der macht jetzt wieder Achievements zusammen. Gibt's die ja auch wahrscheinlich, ne? Das? Ach so. Das war ja. Ja. Keine. Ja. Das war ja. Das war ja auch. Also war ja. Ich habe das Gefühl, dass der Boden da ist. So machen. Ob das muss richtig schnell sein oder was? Manchmal musst du sie auch in einer Reihenfolge berühren. Der will schon mal nicht offen bleiben. Der will auch nicht. Der auch nicht. Ah, der will offen bleiben. Ok. 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 Ok, ich hab jetzt nicht so viel funktioniert. Ok. 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 Was ist das? Schiff Ich habe keine Bode in den Zeichen des Ge appearance. Ich habe keine Bode in den Zeichen gestorben. Ich kann diese Bode in den Ensen mirror sein zu diesen Bode. Ich habe kein Bode in der Karte. Ich konnte euch einfach ganz entscheiden. Ich mache mir mit meinem Geist. Oh mein Gott, das ist weg. Oh mein Gott, das ist weg. Oh shit, hier geht's auf. Oh mein Gott, das ist weg. Oh mein Gott, das ist weg. Oh shit, das ist weg. Oh mein Gott, das ist weg. Oh mein Gott, das ist weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, das ist der Tauhaku? Oh, das ist der Tauhaku? Entschuldigung, bitte bitte. Die Tauhaku sind alles in der Tauhaku. Tauhaku? Entschuldigung, bitte. Hallo? Da ist ein Verkaufsgerichter? Entschuldigung. Bitte gehen Sie sofort. Ich werde mit mir beantworten. Ich bitte. Ich werde das... BD-Aufgabe war ja mal so easy. Diese Mannschaft-Aufgaben sind echt zu einfach. Da hatte ich noch über... Also drei Minuten geht die Aufgabe. Ich habe die in einer Minute gemacht. Und meine Charakter sind kaum gelevelt. Also ich bin ja so richtig am Anfang. Aber sonst ein World-Level gibt es... Gibt es hier nicht anscheinend, ne? Nein. Du hast ja mal interessiert, es gibt starke Gegner. Also meinst du ja schon 45er Gegner begegnet. Ja, das sind diese guten. Und so... Also... Also... Ehm... him... He... D- �х. G- Geht es dir gut? Der Typ fliegt am Boden. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich lese ihn an. Was habe ich denn hier? Was ist das? Sag mal, Bibo, was ist das? Das ist eine Herausforderung. Du musst die Wellen von Gegnern besiegen. Ich bin schon wieder komplett abgelenkt, ich fasse es nicht. Es wird eigentlich nur eine Sache wohin gehen und ich sehe hier alles, tausend Sachen, ich will alles verfolgen für jede Kiste. Und da ist schon wieder was, ich fasse es nicht. Da komme ich an der Sache an und dann ist direkt wieder was vor mir. Das kenne ich auch zu gut. Was ist das, was ich? Also hat es... Ich habe mich. Ich habe mich nicht so gesehen. Ich habe mich nicht so gesehen. Die Worte der Kiste, Aber das ist ja noch einmal ganze Zeit. Diese Schutz zu müssen, nur noch vor mir. Was ist denn für heute? Freitag? Ne, Donnerstag. Ah ja, Donnerstag. Aber das war dann ein Race-Release-Datum. Was muss ich denn hier für machen? Weißt du das? Zeig mal, was machst du da? Das ist irgendwie nichts Verdächtiges. Doch, du musst irgendwas machen zuerst. Ah, die Steine! Die Schmetterling-Steine. Siehst du? Da sind überall Schmetterling-Steine. Du musst die alle finden, dann aktiviert sich die Gäste. Ich verstehe. Oh, das ist aber jetzt was man nicht an mein Ziel. Ich würde ja dort hinten hin. Halt mich mal an mein Ziel. Ich sehe, ich kann die Herausforderung schaffen. Ist es nicht schwer? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich gehöte also diese nicht schwer. Gut, dann mach ich sie einfach mal. Ach, sie greifen das an, Junge? Was soll das denn jetzt? Ja, du musst aufpassen, dass der Typ nicht beschädigt wird. Du musst aufpassen, dass der Typ nicht beschädigt wird. Oh mein Gott, was kommt da denn, Junge? Ein Eisbär. Ach, ich werde mal vor. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das so toll. Oh mein Gott, ist das so toll. Ich hab's easy geschafft. Huch! Ffff! Huch! Das war's für heute. ich kann leider noch kein pool machen ist immer schade ich Crit Rate, ok. Angriff Prozent. Tohle Crit Rate, ok. Genau, was ist das hier? Angriff Prozent. Und das hier bringt Angriff Prozent her. Ich glaube, dann würde ich auf die Waffe gehen einfach mal. Ja, das Katana soll sehr nützlich sein von den normalen Standardwaffen. Kann man sich irgendwie hier den Limited anschauen? Kann man sich hier die Waffe anschauen? Ah, hier. Oh, Crit Schaden. Ja, ich habe gesehen, wenn du Jians Fähigkeit aktivierst, dann siehst du das Katana zum Beispiel gar nicht mehr mehr. 300 vorig, ne? Wie viel kriegt man eigentlich fürs große Dings? Gibt man da vielleicht 50 Stück oder so? Für die Map-Aufdeckung? Äh, ich glaube jetzt 20. Nur? Schade. Ehrlich gesagt, nee, ich habe mal aufgepasst. Was ist das? Was ist das? Oha, Junge. Geht ihn jetzt ab. Was war er denn? Nein, ich habe ihn ja. Anzeigen, was ist das? Was ist das? Kannst du ihn von mir Das war's für heute. Kannst du uns spielen? Ja. Benutzt eigentlich seine Siegner-Turba-Funk? Nee, ne? Ja. Elf. 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 ich krieg 30 S-Fight für Map-Aufdeckung ja, aber es heißt nichts oh man sich das Punkt da einfach verändern hat was ist denn jetzt, Kollege? es heißt nichts 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 es ist es ist es ist es 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 Amen. I don't know. 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 My first 10er pool? What the fuck? Und hab ich dir gesagt, dass ich Werdung jetzt liebe? Ich hab das so gerne geklippt, also das war gerade so, ich hab wirklich mit allem gehofft, dass ich das größte Dreckschwert bekomme des Todes, aber nicht ein scheiß Charakter, Junge, und dann auch, was? Okay, das war gerade zu viel, das war mir gerade zu viel, holy shit. Was ist Jian überhaupt? Ist der Elektro, oder was ist der denn? Der sieht aus wie Elektro, oder nicht? Ich glaube, er ist Wind. Wind? Weil der auch so grün ist, ne? Ja. Ich glaube, er ist wie Yong Yong. Wo kann man das denn sehen, was da ist? Dann hab ich, dann kriegt er jetzt die Forstauber. Du siehst das direkt unter dem Namen. Feuer ist Fusion, dann hast du Yong Yong of your Arrow. Nein, der hat ne komplett andere Sache. Ne komplett andere Wasche. Was ist denn das für eine? Katana. Äh? Ist das nicht, was auch sie benutzt? Lol. Nein, als ob. Ich hab gar keine Waffen für ihn jetzt. Ja. Diefenzüge, nein. Korrekt damit. Soll ich ihn jetzt bekommen? What the fuck? Was meinen die? Oder was meinen die? Ich war nie bei der Beta dabei. Warum schreiben sie mir... irgendwas mit der Beta 2, dass ich dabei war und... Was weiß ich alles, hä? Ich hab mich nur angemeldet. Wurde ich angenommen? Er sagt jetzt nicht, ich wurde angenommen und ich hab das nicht mitbekommen. Das sei ja mies, Pain. Du bist dir sicher, dass du nicht angenommen wurdest? Ich wurde nicht angenommen. Ich hab eigentlich auch nicht. Na gut. Aber warte. Das... Ich bin grad... Ich check das grad gar nicht. Ich hab einfach Jian bekommen. Alter, der ist ja so geil. Der ist richtig geil. Der Movement ist so heftig. Der ist ja so... Ich bin so zufrieden. Einfach im ersten Pool jemanden bekommen. Das heißt, ich kann jetzt so salen. Es sei denn, ich geh auf die Waffe. Aber ich weiß halt nicht. Die Waffe ist garantiert wenigstens. Ja, die ist garantiert. Da hast du recht. Da geb ich dich schon mal recht. Nur das Problem ist bei der Waffe... Ich weiß halt nicht, ob ich sie brauch. Sie ist doch schön und so. Sie ist voll schön. Ich könnte auf Dings halt gehen. Auf den Main-Charakter, den ich halt haben will. Also Jian wollte ich auch haben. So oder so. Aber... Ich weiß nicht, ob mir die Waffe jetzt lieber ist als Charakter. Ich kann auch auf den Rerun warten. Weißt du, was ich meine? Alter, lol. Hast du das gesehen? Er hat einfach sein Dings einfach gewogen. Das ist einfach... Der kämpft ja komplett anders. Alter, was ist das? Alter, der Lüger wird mich umbringen, ne? Wenn sie das lieb. Die wird später aufwachen und sieht einfach nur, dass ich Jian gezogen hab. Digga, das kann nicht sein. Ich... Ich realisiere das gerade gar nicht. Aber was ist der jetzt eigentlich? Er ist Elektro, oder? Das siehst du, wenn du oben... Er ist... Ne, Aero. Doch, ja. Er ist Wind, ja. Tim, Miko, die ist gerade ein bisschen verwirrt, warum ich sie immer noch nicht geerdet hab. Ich hab ihr gesagt, dass ich sie gleich erden werde und das war vor keine Ahnung was. Ja, ungefähr. Ich hab nur gesagt, dass ich kurz dieses Problem löse. Ah, sie ist auch schon online. Also, ich hab noch nie so viel Lack gehabt, ne? Was für ein Re-Roll-Me-Roll-Account. Wer macht hier diese neue Account und wartet, bis er was Gutes bekommt? Es kann doch so sein, dass Verlum Graves ein Spiel ist, was mehr gämt. Ich sag nur, hier, da ist das Solo Landing bei dir. Ich glaub, das ist nicht mehr normal bei dir. Mir fehlen nur noch drei Charaktere, dann hab ich sie auch. Und 24. Und somit sende ich schon mal das erste Bild rein. In den Verlum Graves Channel, schau mal. Ok. Das war's. Das ist schon recht. Eigentlich müsste ich aus seiner Waffe gehen, aber ich weiß nicht, ob ich 80 doch eigentlich... Es kann auch sein, dass du ihn früher bekommst. Stimmt, stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber 80 Pools sind schon viel zusammen zu bekommen. Ich glaube, ich sammle erst mal und gucke, wie es am Ende aussieht. Weil ich hab ja dann doch eine Season Zeit, you know? Weil die nächsten Charakter will ich ja eigentlich nicht. Eigentlich. Es kann sein, dass ich mich noch umentscheide. Aber bis jetzt ist mir Jin... Wie hieß sie doch mal? Doch, Jin Chi... Finde ich bis jetzt ist mein Favorite-Charakter, den ich unbedingt haben will. Bei der Falle, Jian war der erste Charakter... Äh, von dem ich Gameplay gesehen hab, von Rallying Raves, ne? Das ist grad so ironisch. Das ist ja mein erster Five-Stump. Ich hab einfach 50-50 gewonnen, das ist so crazy. Und das ohne irgendein 50 Euro ausgegeben zu haben, das macht mir sehr glücklich. Ich sehe schon, komm, später du schreitst mir, yo, ich hab die Infos-Waffe. Wenn ich frage, wie hast du ihn gezogen? Ja, ich hab 50-50 verloren, aber egal. Die Charakter hat geregelt. Ja, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Ahnung. Und so sehr... Ich weiß nicht, irgendwie überzeugt mich das nicht, seine Waffe zu holen. Ich find, so wie er ist, find ich den schon geil, weißt du? Er hat halt trotzdem seine Special Effects. Das ist jetzt nicht so ein alle Kino-Ding. Weißt du, was ich meine? Schau mal. Siehst du das? Guck mal, das sieht trotzdem übel gut aus. Ich bräuchte halt trotzdem noch eine Forster-Waffe, die man mindestens mithalten kann. Da bräuchte ich... Oh, der Drache! Ich hab ich den geholt. Warum ist das schon wieder ein Speerspieler? Das wird hier langsam frech. Aber guck mal, genau so hätte Reiden sein müssen, findest du nicht? Schwert und Speer, so. Also hätten sie das machen müssen. Dass der Speer zum Design gehört und das Schwert, was eigentlich Ayaka hat, zu Reiden sollte. Das war's. Das war's für mich. Was ist das? Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Er ist stark, du kannst ihn kombinieren, genauso mit Verlina wahrscheinlich Ist er eigentlich stärker als Kacharo? Weiß man das? Sie sind gleich, weil beide sind Crit Damage Dealer Also sozusagen vom Prinzip, man könnte beide auf den gleichen Damage bringen Könnte es beide gleichzeitig spielen Okay, das ist crazy Mein Crit Damage, ich habe 150% Crit Damage, ne? What the fuck, woher? Aber einfach nur 5% Crit Rate Wait, was hat seine Waffe nochmal gebracht? Ich glaube, die hat sogar Crit Rate gebracht, oder? Oder was Crit Damage? Wie habe ich mir das nochmal angeschaut? War das so? Man sieht eigentlich den Verlauf von den 10er Pools Auch sieht man Alter, schau mal Ich habe ihn im zweiten Pool bekommen Das heißt, ich bin jetzt schon wieder auf dem 8er, Tiki Das war das Ja, Junge Ey, nicht spoilern, nicht spoilern Was soll das? Ich gehe mal kurz aus den streamen raus Ich habe keinen Bock gespollert zu werden Aber schade, dass ich Chixia als Char bekommen Ich hätte echt gerne die Hier gehabt, diese Damage oder wie sie hieß Ich finde, die ist richtig cool Hast du sie schon gesehen? Sie hat auch anscheinend so ein Doppelschwert Wenn du mit ihr kämpfst Und das andere spawnt die sich einfach Die hat so ein Blutschwert Sieht das aus Ich weiß nicht, ich konnte mal nicht irgendwo Charaktere testen Das ging doch irgendwo, oder nicht? Warte, bei Events bestimmt Doch, ja, hier Ja, genau Die hat einmal ihr Eigenschaften Einmal so ein Blutschwert Den habe ich mitbekommen Zumindest, es sieht aus wie nach So ein Blutschwert Ach, guck mal hier Das sind Sachen Doge-Counter Meinen die damit? Doge-Counter Ah, E und E Du kannst Doppel-E machen Du kannst die Fähigkeiten verdoppeln Siehst du das, was ich meine? Hast du das gesehen? Mit dem Doppelschwert? Da, das holt sie Ich weiß nicht, was das ist Nee, das ist nicht Blut Das ist Was ist das? Magie oder so in der Art Ich finde die aber richtig cool Die hätte ich so gern bekommen, ne? Also als Forster Naja, ich habe Chiam bekommen Alter, was geht jetzt ab? Oh, guck dir den mal an Was ist das für ein Echo? Oh mein Gott Du kannst bei der E einfach spammen Weil der geht ja eh nicht aus Siehst du das? Ja Ich verstehe zwar nicht warum, aber Das ist so Und deswegen hat es auch diese E-Attacken Das man Oh, ich sterbe sogar gleich Ich habe keinen Plan, wie man sich spielt, aber Sie ist cool Jetzt komme ich rein Jetzt komme ich rein Jetzt verstehst du Ich bin aber gleich einfach tot Ich weiß nicht, wie ich mich heilen kann Aber ich habe doch eine Heilerin oder nicht Kann Basie heilen? Ich weiß es nicht Was ist hier eigentlich? Doch, sie ist heilerin Ja, aber das bringt nicht wirklich viel Doch, jetzt Oh Jetzt habe ich 4000 HP dazu bekommen Das dauert ein bisschen Alter, schau mal Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Was war das denn? Das ist Was gibt es hier für krasse Echos noch? Ich denke, verschiedene Charakter Die haben von Grund aus schon einen Echo an sich Der Echo finde ich richtig geil Cool, gut, gut treated Das hat Glück gebracht Ich will was in diesem Land haben, was in diesem Land war. Ich kann es nicht direkt erzählen. Wenn ich so etwas erzähle, dann ist es so. Ich habe das gesagt. Ich habe das gesagt. Ich habe das gesagt. Was hast du gesehen? Ich will mal Jian, vielleicht kann man da seine Waffe sehen. Oh ja, das ist seine Waffe, schau mal. Oh, die ist ja voll riesig, Alter. Die sieht aber irgendwie ein bisschen komisch gerade aus. Sie ist doch voll übel verbrüllt, oder nicht? Nee, Alter, ist... Schau mal, doch. Nee, guck mal, die backt richtig. Nee, jetzt ist sie weg, siehst du? Der hat gerade gar nichts geladen. Von der Waffe. Ich habe einfach einen zweiten Pool, ein Bad Jian bekommen. Nein, ich kann mein Glück nicht glauben, ich glaube, ich treu mich gerade. Oh mein Gott. Was geht hier ab, Junge? Ich sehe gar nichts. Ich hau einfach nur drauf. Oh mein Gott, ist der geflogen, Junge. Macht ja noch einen auf Schau, oder was? Alter, guck mal, die Endpose, hast du es gesehen? Ich glaube nicht. Aber die Endpose war gerade richtig geil. Also, Jian gefällt mir. Mir gefällt Scar, der ist schon... Der ist so ein manipulativer Mensch. Das ist einer dieser Art von Antagonisten, die ich mag. Auf Scar, ja, auf dem, der sieht auch richtig cool aus, Mann. Ja, ich bin... Das nervt mich ein bisschen mit der Waffe, dass ich jetzt keine Waffe für ihn habe. Ich dachte, ich kann das Forster-Schwerb benutzen. Ich will nicht poolen. Ich will nicht. Das kann passieren, ja, aber wirklich nur am Ende der Season vielleicht. Ich guck mal, was Pools sagen. Also wenn ich eine große Chance habe auf die Waffe, so mit 40 Pools würde ich es vielleicht versuchen, aber unter, ich bin mir da nicht so sicher. Boah, ich habe das Wochenende für die Map durchgefangen. Das kann passieren, ja. Kann man eigentlich sowas wie sein Team oder so wieder ausstellen? Geht wahrscheinlich der da nicht, ne? Aber du kannst die Visiten-Karte ändern. Sie ist ja bei mir schön, ich glaube eine andere. Wo? Ah, das ja. Edit Reaver, was ist das denn? Bei wo? Nein, Racer ist nicht mehr bei wo. Ne, okay. War ich die Feet-Singer an den? Nein, also nicht. Das ist jetzt besser. Das aussieht. Hey, guck mal, was mein anderer ist. Mit den männlichen Charakteren, auf den ich jetzt nie im Leben wechseln werde. Das kann ich dir jetzt schon mal sichern. Ich habe keinen Bock, da nochmal zu poolen. Jetzt habe ich einen Charakter. Direkt im ersten Pool bekommen. Also direkt im ersten... Also im zweiten Pool. Also wirklich, das ist ein geschenkter Charakter. Ich habe keinen Petit verloren, so weißt du das mal? Ja. 50-50 habe ich ja auch nicht verloren. Das heißt, der nächste Charakter wäre so, als hätte ich gar nicht gepoolt. Da ist still die 50-50 Chance. Ich habe mich einfach wirklich im zweiten Pool. Ich hätte Einzelne machen sollen. Naja, wer hätte es aber gedacht. Wie viel kosten? Ah, mir passt natürlich genauso viel. Guckt man eigentlich an solchen Waffenteilen. Wait! Welche Waffe bekommt... Kann man gucken, welche Waffe man ab Level 45 bekommt? Vielleicht nehme ich einfach die, you know? Ah, jo. Vielleicht ist die ja auch gut. Hier. Kann man da reinschauen? Nee, man kann leider nur so gucken. Aber ich weiß nicht, was das für Waffen sind. Jetzt irgendwie eine Datenbank? Wo man das sehen kann? Auch Data Bank? Äh, ich glaube nicht. Eine Data Bank für Waffen? Nee, ne? Das ist nur noch Echos anscheinend. Ja, das ist nur Echos. Scheiß dann. Galerie, was ist das? Wo sieht man eigentlich die Types? Ah, das ist auf jeden Fall kein Swat. Das ist... Was ist denn das? Brodblade heißt das. Ich guck mal, ob ich auf einer Internetseite Daten zu den Waffen finde. Finde. Aber da muss ich nicht extra pullen, dann kann ich auch einfach die nehmen. Nee, wait, kann ich mir die nicht im Standard-Banner anschauen? Das sind doch Standard-Waffen, ne? Ja. Das heißt, ich kann sie mir eigentlich nicht im Standard-Banner anschauen. Nee, ist nicht das. Kann man sich nicht irgendwie anscheinen? Was ist das hier? Das ist definitiv nicht das, was ich brauche, oder? Ich glaube nicht. Das ist das. Doch, das ist ein Brodblade. Das ist das. Das wäre das hier. Aber das passt irgendwie gar nicht zu Gian. Das ist einfach blau. Und es hat Attack. Das ist eins der schlechtesten Waffen, halt. Du kriegst halt Crit Rate, ne? Das ist halt schon geiler. Das ist scheiße. Da muss man eigentlich die Waffe hier mal gucken. Ah, so. Oh, das ist sogar Crit Damage. Das bringt ja noch weniger. Crit Damage. Ich bräuchte Crit Rate eigentlich. Weil, die Gian hat ja schon gut Crit Damage. Der hat ja 150, aber kein Crit Rate. Aber ich glaube, die Dings kann dir da helfen. Na guck mal, der ist standardmäßig schon auf 150. Ja. Ich glaube wirklich, dass man so die Crit Damage irgendwie hoch bekommt mit den Dingern. Ja. Ich glaube, die kann ich noch nicht fahren. Ich glaube, die kann ich noch nicht fahren. Ich glaube, die haben was mit den Tatsachen. Ich glaube, ich glaube, die haben was mit der Crit. Ich höre ein Wappen. Ach, hier gibt es eine Alternative, eine Forced-Zeit, die heißt Autumn Trace. Er sagt jetzt nicht, ich hätte die in dieser Box aussuchen können, ey, dann wäre ich jetzt, nee, das macht mich dann doch behinderter. Lass mich haben, ich hätte die sowas von in dieser Box aussuchen können, ne? Wundergrund. Empfohlen wird sich für Kalcharo und für Gian-Waffe. Ja, aber wie bekommt man die? Ich weiß, das ist sogar eine Craftable Waffe oder so, das ist ja richtig crazy. Ja, das ist ja richtig. Geht leider nirgendwo, wo ich die bekomme. Aber die scheint aus einer Reihe zu sein. Stimmt, warte, was sind die Forster-Waffen? Ne, das waren ja nur Attacks. Warte, ich weiß. Was bist du denn? Ne, das war ja definitiv nicht. Defense, Junge, nein, ich bin kein Defense-Mann. Auch ja, das war ja richtig. Boah, ja. Ne, guck mal, du meinst 2000, das ist nur 360. Das geht vollkommen klar. Ich hab allein jetzt schon 21 und hab mal ein 10er Pool gemacht. Das geht voll klar. Also wirklich, das geht wirklich voll klar. Für eine Constellation? Das heißt, C6 bis nächstes Wochenende. Nee, leider nicht. Man kann ihn ja nur zweimal holen, aber was würde denn die Constellation bringen, ist die Frage. Magst du mal sehen? Ja, warte, ich hab ihn ja nicht mehr. Okay. Alter, das ist krass. Guck mal, 28% für 15 Sekunden. Das kann alle 15 Sekunden getriggert werden. Also die C2 ist schon crazy. Die C1 war jetzt nicht wirklich wohnenswert, aber C2 ist schon. 20% mehr Attack, wenn er diese eine Fähigkeit aktiviert. Das ist crazy. Das ist schmackhaft. Das haben einige Waffen als Bates Threat. Ja. Boah, ich find diesen Drachen richtig geil, ne? Der Drache ist geil. Schau mal. Der erinnert mich richtig an Tower of Fantasy, an Mimi. An, an diese, an dieses kleine Mädchen, weißt du, was ich meine? Die hat genau die gleiche Farbe. So, diesen Drachen gibt's ja auch. Als, äh, Begleiter. Du bist ja eigentlich jeder haben, der Domain 9 frei hat. Du bist schon Level 7, du bist hart am Grinden. Ich bin grad mal Level 5, oder so. Ja, Level 5. Oh, jetzt wird's ernst. Mal gucken, wie viel Damage er macht. Great. Ich kann ihn noch irgendwie upgraden. Irgendwie wird das sein. Oh, deine Waffe bringt mir nicht wirklich viel, die Scheiße. Oh, doch, ich bin was mit dir hier. Der macht dich schissenau aus. Ich würde irgendwie die Waffen sehen in dem Spiel nicht so geil aus. Ich würde mich nicht mehr auf, weil ich mich nicht mehr auf die Hände habe. Ich habe mich über den Schabats-Upgrade. Ich bin der Schabats-Upgrade. Ich bin der Schabats-Upgrade. Aber das fehlt mir grad irgendwie, dass man seinen Charakter ausstellen kann. Das finde ich schade. Also könnte man immer schnell ein Bild von seinem Kollegen checken, weißt du? Ich bin mal heute wieder von locker. Schön! Hat's irgendeine Charaktere schon zu Level 40 der Wind? Oder 30 oder so? Ich könnte schon, aber ich muss in der Story weitergehen. Weißt du eigentlich, ob man dieses Gadget da upgraden kann, wo man einmal so hoch fliegt? Diesen Greifhaken dann in der Art, dass man ihn öfter benutzen kann oder so? Ja, eigentlich kannst du ihn auch öfter benutzen. Also wenn du eine Reihe von Haken hintereinander hast. Ja, von diesen Dingern da, ja. Ich meine aber, ob man ihn so einfach so nutzen kann. Das geht auch, wenn du die Ability aufhebst. Du kannst, äh, Auflad-Abilities, äh, bei manchen Missionen, da lädt sich der Haken direkt auf. Mhm. Du bist meins. Oha. Ich dachte, ganz großen Bogen vorbei. Ich will nichts einsammeln jetzt erstmal. Ich will erstmal die Map komplett aufdecken, bevor ich hier was einsammeln. Oha. Ah, ja. Ich will mich und Haken mich zwei zusammen machen. Das ist doch, oder? Das ist gar nicht, das ist geheime Schwester. Ja. Ich weiß auch nicht, was sie ist. Ich sag einfach mal Schwester. Die schreibt mir einfach, misteriöse Frau in rot. Nein. Oder ein Geist? Die Daten ist nun schon diese Zeit zu gewinnen. Aber ich habe mir nun gesagt, es ist vergessen. Das ist ein Geist von der Welt. Das ist ein Gerätes, das ist ein Gerätes, oder das ist ein Gerätes, oder das ist ein Gerätes, oder? 3... Du hast du was für den letzten Ende? Du hast du jetzt schon Spaß gemacht. Ich habe ja nichts explodiert, aber ich habe trotzdem schon 6%. Daran sieht man das Aufdecken, was bringt. Was denkst du eigentlich bis jetzt von der Ringwave-Story? Die Story sieht richtig geil aus. Also auch wie sie erzählt wird. Okay. Ich bin ehrlich, ich kann gar keine Story. Ich habe vorhin gar nichts. Ich habe jetzt schon wieder alles vergessen, was abging. Ich habe irgendwie gar nichts gemerkt von der Story. Hast du mir grob vielleicht nochmal die Anfang-Story erzählt? Also ich kann mich halt nur noch daran erinnern, du kommst da, dann gehst du auf einen Drachen zu. Dann erzählt sie dir, dass es 6 Gebiete gibt oder so. Ja, die Sache ist, dass jede Gebiete einen Drachen hat. Er hört einfach auf und sie finden ihn. Nicht gar, nicht gar. Aber wo meinst du der Charakter? Ach so, ja. Und sie wollen dann wissen, wer er ist, aber er hat sein Gedächtnis verloren. Genau, das habe ich noch bekommen. Und da gehen sie ganz normal den Weg zur Stadt zurück. Darauf treffen sie dann ein bisschen die Anomalie zu prüfen. Darauf sind einfach der Bosskampf. Und da finden sie raus, dass er die Echoes einfach so mit dem Körper aufnehmen kann, ohne das Gefäß zu nutzen. Warum hat aber unser Charakter dann das Gefäß? Versteh ich nicht. Weil er nur die Resonanz Echoes aufnehmen kann. Und das Gerät ist dann nur für die Echoes, für die normalen oder was? Die normalen tierischen Echoes und alles was die anderen Gegner aus der Dimension sind, die kann er aufnehmen. Boah, aber die Welt sieht irgendwie richtig aus, die Tower of Fantasy. Ich weiß nicht warum. Sieht mir übel Tower of Fantasy-Vibes, ja. Ey, das ist ja so OP, du steil, dass die Gegner immer nach oben, die kann nichts machen. Ich hoffe, dass ich aber Jiang Xin noch bekomme. Ich stelle mir vor, dass es einfach Pech, dass ich sie nicht bekomme, weil ich jetzt Jiang bekommen habe. Jiang war sogar, by the way, meine zweite Wahl, die ich gepoolt hätte, weil ich finde den optisch richtig gut. Besonders mit dem Kampfstil ist er der Beste, meine Meinung, den ich bis jetzt gesehen habe. Und Calcharo ist jetzt der einzigste, wo ich gesehen habe, dass er ordentlich Damage macht. Von Jiang weiß ich nicht mit Damage, wie es da aussieht. Aber du meinst ja, dass er anscheinend so stark ist wie Calcharo. Der ist aber eigentlich der Gegner von Jian gewesen. Du hast auch den Trailer gesehen, oder, zu Jian? Ja. Wer war das? Der sah auch richtig nice aus, der sah auch gut interessant aus. Weiß ich gar nicht. Den hat man noch einmal in dem einen Trailer gesehen. Genau, richtig. Da war aber nur ganz kurz lang. Da habe ich mich auch schon gewundert, wer er ist. Alter, was habe ich gerade gemacht? Ich habe den gerade einfach gekontert. Ich weiß nicht wie, aber... Ja. Ich liebe das Kampfsystem hier. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum Yangyang am Leuchten ist, aber ich nehme es einfach mal so hin. Ja, weil bei mir leuchtet sie gar nicht. Das verstehe ich nicht, warum sie bei mir leuchtet. Alter, ich verstehe seine Ehe nicht. Ich haue einfach durch und auf einmal sind die Gegner tot. Gibt mir das aber eigentlich noch irgendeinen Vorteil in seiner Ehe? Ich weiß es nicht. Oh, geil, ich habe meine Belohnung vom Echo Event. Du hast die bekommen? Ja. Ah, okay. Ich sehe, das dauert ein bisschen. Du musst wahrscheinlich erst ein höheres Level haben, ne? Äh, ich glaube sieben hatten sie geschrieben, oder? Sieben? Dann bist du wahrscheinlich gerade zu sieben. Level sieben geworden. Kann das sein? Prüfen nochmal. Aber ich glaube es war sieben. Doch, die E macht ordentlich damit, ich brauche dich halt. Oh mein Gott, Alter. Was bist du denn für einer, Junge? Ich bin acht. Okay, die E macht ordentliches Damage. Oh mein Gott. Okay. 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 Aber das was ich hatte, das war wirklich pures Luck. Ich habe noch nie so viel Glück gehabt. Die Limited Charme im zweiten Pool, das habe ich noch nie gehabt. Alter, das ist so ein geiler Baum. Ja, wo bin ich hier? Sieht übel geil hier aus. Oh, Karte aufdecken dauert ja zehn Jahre. Wer muss ich da laufen, Junge? Alter, schau mal, wo ich hier bin. Du warst bestimmt auch schon, oder? Ja. Bei mir muss ich gerade sagen, da wo ich die Map gerade erkunde, ist die doch nicht so klein. Naja, die ist schon groß. Also für den Release, ne? Definitiv. Ja, da ist er doch. Aber ich muss sagen, man erkundet die doch irgendwie relativ schnell. Alter, was geht denn hier ab? Was ist das denn? Eine Absperrung oder so? Ja, wie kann du wegbrennen? Ich verstehe. Du kannst sogar in der Luft switchen. Ich vergesse das jedes Mal. Ich bin so in Genjin gewöhnt mit Switch-System. Aber ich reicht nicht. Okay. Ich erthe Pirat estimiere. Zumala proper. Versichere dryalgü вечerte, ist kein leichter bin. Ahiv shit 없08. Das war kein leichter. Ichucke aber schon wieder. Vielen Dank. Das sind eigentlich mal diese Gebiete, das sind doch so verfluchte Gebiete oder was? Diese schwarzen mit so einem Resonanzzeichen. Ja, du hast nämlich da einen Gebietsboss zu killen. Ja, du hast nämlich da einen Gebet. Ja, du hast nämlich da einen Gebet. Ja, du hast nämlich da einen Gebet. Ich habe ein Gebet schon auf 35%. 35%, nice. Ja, du hast nämlich da einen Gebet. 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 Wie kann ich denn das verbrennen? Äh, mit der Feuerkugel. Feuerkugel? Ja, irgendwo wächst eine Feuerkugel. Hm, verstehe. Ah, dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit fliegt. Du kannst ja schon von mir werfen. Ja. 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 Das funktioniert leider nicht wie ein Genjin. Ne. Dass es in zwei Richtungen geht. Ne. Ist das frech. So, alter Ass. Oh, aber das Travelen geht richtig schnell. Auch wenn sie hat immer Ewigkeiten gedauert. Selbst wenn du manchmal nur ein paar Meter reisen wolltest. Das ist mir aufgefallen, als ich wieder ein Genjin drunter war. Da ging auch alles viel schneller. Da wird dir verhängt. Aber da muss ich mich mehr zurücknehmen. Der ist also aus dem Zeitgeist. Es wird rausgeessen. Der ist der Zeitgeist. Der hat nicht so viel zu machen. Der ist eigentlich das weiße Leben wieder. Aber ich weiß, ob Death. Kiste markiert auf der Karte, aber ich finde nichts. Geil. Wo bist du? Tja, die kann oben, unten. Wo bist du? An sich ist das halt dieser Pilz, aber dieser Pilz bringt sich nicht wirklich hin. Mmh. Mmh. Das war's für heute. Es gibt keine Menschen zu retten. Amen. Amen. Also warum greifen mich eigentlich die Gegner nicht an? Haben die keinen Bock, oder was? Was macht der eigentlich? Was soll denn das, Alter, du kleiner Affe, du bist? Sieh ich nämlich mit außen. Ich bin 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 mit außen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verschiedene Bosse, dann Simulationsübungsplatz, da verpasst du sie auch. Was ist das für ein Scheiß? Man hat keine Faxen. Hä? Was soll denn das jetzt? Was ist das für eine Frechheit? Hä? Aber guck dir das mal an. Warte, was soll denn das? Was soll denn das? Muss ich das jetzt damit abwerfen? Guck mal, die wollen irgendwie nicht, dass ich das hier unten zersteuern kann. Das funktioniert aber nicht. Ich lasse es doch nicht, ich gehe da mal rüber. Ah, warte. Ich kann von da drüben. Kann ich das easy abwerfen? Hör mal auf jetzt hier. Zack. Aha. Hör mal auf die ganze Zeit zu D-Spawn, bitte. Hör mal auf die ganze Zeit zu D-Spawn. Hör mal auf die ganze Zeit zu D-Spawn. Also, das ist das D-Spawn. Das ist da nicht was mir das bringt, aber... Oh, good chest! Ah doch, vielleicht ist das ne basic chest. Ja... Ich hab noch nicht mehr gesehen. Ich habe noch nicht mehr gesehen, dass sie mehr der Blumen. Ich habe noch nie gesehen, dass sie das Blumen. Ich habe noch nie gesehen, dass sie das Blumen. Das war's für heute. 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 Oh, schau mal auf. Oh, ich kann den absorbieren, den Affen. Ah, ich hab den Battle Pass vorher geschaut. Ich dachte, es gibt noch keinen. Zeig mal, ja. Oh, was gibt man davon? Ey, ist das die Waffe zufälligerweise? Ist das die Waffe, die ich brauche? Ich weiß es nicht. Zeig mal, was ist das für Stats? Oh, Crit Rate, die würde ich nehmen. Ich glaub, ich glaub, das ist das Set, was ich vorhin meinte. Ja, das ist die Waffe. Die könnte ich gut für Gion nehmen. Und durchschaut es die Waffe zum Schlüssel, oder? Wahrscheinlich Level 30, oder? Oh, alle, die 70, der. Oder sie ist ein bisschen aus Yonkai. Guck mal, nach so einer Waffenkiste. Ich guck gerade, Level 30, da. Ja. Ja, das ist für heute der Spaß. Warum kostet das 20,99 Euro? Macht einfach 20 Euro, hä? Das hat gar keinen Sinn. Jetzt, äh... Was kriegt man da eigentlich alles bei den 20 Euro? Was bringt das? Äh, beinhaltet alle Belohnungen vom Inside-Kanal, erhöht die Podcast-Stufe um 10. Und du kriegst dann einmal... Sisson-Fotor-Webertrücken-Schinzuer... Ja, Schinzuer aufzuschauen. Händler-Kanal, was ist das? Gute Frage. Dann hast du noch mal zwei Pools, äh, drei Pools. Und, Herr Guttner, Ginko, äh, wird verwendet, um die, äh, Symptomy-Stufe... Äh, Symptomy-Stufe... Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht. Ich kaufe. Ich kaufe. Willst du für mich gleich mitholen? Nee. Ey, warum? Du reich, du bist reich. Gönnst du ein bisschen, ey. Gönnst du ein bisschen. Ich nix Geld. Ich nix Geld, Bruder. Also, was ist das denn für ne ganzige Kuh? What the hell? Ah, hier ist ne Kiste. Was ist das? Ähm. Äh? Ich muss da Power irgendwie da dran machen. Besonders gehen. Was soll das gehen? Schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. fast mein ganzes team ist auf stufe 40 80 wie weit ist dein stamina deine ausdauer meine ausdauer ist 190 also diese daten waren 5 daten von 5 ja ich bin genau 1 unter dem ja 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich muss sagen, irgendwie die Waffen gefallen mir nicht so in dem Spiel. Bis jetzt ist Chians Waffe irgendwie die einzigste Waffe, die mir auch richtig gefällt. Die ganzen Forstas sehen irgendwie alle gleich aus, nur mit irgendwie anderen Farben. Aha, was geht hier ab? Ich ziehe drei Chests. Ich würde einen Zuschlag gerne. Dir erreicht man eigentlich den Battle Pass. Story oder was? Ja, Story. Hier ist die Kiste drin. Die Kiste hätte ich dann auch. Ich habe die Kiste drin. Das ist das, was ich sag ich dir. Die Kiste. Ich verstehe dir, wo ich eigentlich nichts drauf habe. In der Kiste wird das. Design ist das. Wie bin ich blind? Der eine habe ich. Eine muss in der Richtung sein. Die scheinen auch nicht wirklich gerade ums Eck zu sein. Ich will. Und hier ist das nächste. Wo sind wir? Wo sind wir? Oh, hier ist der Leand. Hier ist der Leand. Das war's für mich. Okay, das ist ein bisschen besser. Oh? Es? Oh? Oh? Das war's für heute. Das war's für mich. Okay, ho la ho la! Bum! Huf! Un! Bum! Huf! Ichu jo! Wof! Sommer! Das ist das! Ich hoffe, dass ich es hier nicht gesetzt habe. Ich glaube, dass ich sie nicht schaffte. Ich muss mich festhalten sein. Okay Das war's für heute. Okay. Ich werde aber Malel irgendwie ein bisschen langsam weht am Anfang. Ich habe mir vorgestellt, dass wir nach ein paar Stunden schon Level 20 oder so sind. Aber immerhin wird später ja richtig, würde ich sagen, schwierig noch zu leveln. Oh, was ist das hier? Okay. W, ein S. Oh, jetzt komme ich da rum. Ah so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Nee. Nee. Ich will mehr Punkte haben. Okay. 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 Schau mal, Bebo. Ja. Gleit. Ich hab's geschafft. Musst ja immer noch 3000 Punkte sammeln in dem Winx, dann passt das. Dann hast du ja drei Kisten, drei wundervolle Bisten. Ich hab's geschafft. Ich bin auch sicher. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Das reicht nicht. Wie, du nimmst jetzt zwei. Wie, du nimmst. Wie, du nimmst jetzt zwei. Okay. 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 Easy, dieses Rätsel. Ich habe fast alle Kästen aus dem ersten Gebiet, wo wir gestartet haben. Nice. Okay. Cool. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Okay. Die hätte ich dann auch noch... ... Das war's für mich. Ich habe jetzt ein Set voll, schau mal. 2 Sets habe ich hier. Ja, ich habe zum Beispiel... Ja, IO-Damage und nochmal IO-Damage. Ich habe zum Beispiel das so gemacht bei einer... Äh, war das bei ihr? IO-Damage 13% Ist nicht wirklich viel, aber naja... Better denn ja, nichts. Sie zum Beispiel habe ich mit 5er Stack gemacht. Jetzt war sogar der Falsche, oh ne. Ja, Leute, das ist das falsche Elemente, aber ist nicht schlimm. Ich habe bei mir was Falsches gerade hochgelevelt. Ja. 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 Ich habe gerade Dragenwild reingeschrieben, hast du das überhaupt gut bekommen? Oh je, ich muss vor kurzem gewesen sein. 7,5, vor 2 Minuten. Ja, er hat das Schwert gezogen. Von welches Schwert meinst du, vom Limited Banner oder? Ja, wo schieß ich denn? Was geht eigentlich, ein Pool kostet 8 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viel Pools würdest du dann bezahlen? Guck mal, das würden die 45 Pools kosten, ne? Ja. Für C1. Das geht vollkommen klar, oder? Ja, das geht. Immerhin hast du dann ja garantiert dann C1, ne? Genau. Oder C2 halt, oder Constellation halt einfach. Ja, ich glaube sogar bei Toe Fantasy ist das teurer. Ich weiß es nicht, aber es ist nicht gerade wirklich viel, also nicht teuer würde ich sagen. Wenn man spielt, dann kriegt man jeden Charakter mindestens einmal auf C1. Richtig, weil nämlich, wenn du bei Toe Fantasy überlegst, für zu kaufen eine Constellation, musst du ja die 120 haben. Das sind jetzt 120 Pools, ja? Ja. Aber hier ist es halt nur mit Cashback gerechnet, ne? Ja. Aber es kostet dich halt im Endeffekt 45 Pools. Habe ich gerade ausgerechnet. Es sind genau 45 Pools, die du dir dann mit holen könntest. Das ist ein halber Banner, ne? Also ein halber Waffen-Banner. Ungefähr. Ja, und wenn du richtig Glück hast, hast du jetzt sogar 2 Constellation für diesen Pleist. Ja. Ja. Kriegst du hin. Für 90 kriegst du 2 Constellation. Das heißt, kannst du mit 90 Pools einen auf Constellation 2 machen. Also vom Cashback. Du musst Cashback erstmal sagen, ne? Das dauert halt auch ein bisschen, bis du den Cashback zusammen hast. Ich seh grad, ich könnte dreimal poolen im Banner. Aber... Ne. Ich will in einer anderen Welt poolen. Du hast selber auch noch nicht Online Mode freigeschaltet. Es dauert echt lange, den freizuschalten, hab ich das Gefühl. Du konzentrierst dich ja jetzt auch nicht full auf die Story, ne? Du spielst ja auch entspannt nebenbei. Ich spiel dann entspannt. Ich mach mal bisschen Story, dann mach ich mal... Alter. Evo. Was ist das? Wow. Maschine. Weiß. 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 Weiß Maschine. Okay. Er freesst einfach. Er freesst. Ach, kann man sowieso noch immer mit Steer joinen. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Marblei kein Echo gedroppt. Schade. Wagenboy ist einfach weg. Er antwortet nicht mehr. Mich jetzt echt gern interessiert. Limited-Bun oder nicht. Oh, da ist er nochmal. Ich muss noch mal gucken, wenn ich mal einen Healer bekomme. Einen Healer wäre sehr wichtig. Merke ich gerade. Wo ich die ganze Zeit low umrenne. So. Das hätte ich schon gemacht. Und haben wir noch hier zwei. Oh ja. Den hab ich. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, jetzt ne Kochstelle. Let's go. Ich hab noch nie gekocht. Ich hab schon gekocht. Ich hab schon gekocht. Ich noch nie. Zeig mal her. Was kann man denn alles so schönes kochen? Oh, ist gleich. Gib ihn. Perfekt. Ich hab gekocht. Lass mich erst mal aus, wie ich mir das Essen gebe. Ich hab immer was in den Tarn, ne? Aber wo ist das? Wo ist das Essen? Okay. Ich fasse das immer noch nicht mit den Pool voll, ne? Mit dem zweiten Pool End, was Elemental Charm bekommen. Das tut sich so anhören. Ich bin ein Gamechner würde ich niemals. Mein Spaß. Ich bin keiner von denen, der das sagt. Jetzt hab ich mir Food gemacht und es klingt mir nichts, weil das ist... einfach gut ist für verstärkung ich hatte noch was im inventar ich brauche nur noch eine gute wache wenn die sammeln databank next level let's go bin jetzt auch fünf für ausdauer kriegen wir denn insgesamt das heißt bei sechs sind wir dann bei 200 wir kommen wirklich auf 240 am ende das kommt mir sehr sehr bekannt vor von der aussage was war ich 240 340 kommen wir 340 anscheinend wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe das kann auch sein weil mir geht es nicht gut aber es hat sich gelohnt die old von dem ist so overpowered holy shit also meine gegner sind zwar nicht gerade stark aber was ist es ich hole die trotzdem ordentlich weg Das war's für heute. 2 2 2 2 2 die Ich gehe jetzt! Das war's für mich. Oh, das ist ein großes Problem! Was für etwas? Die Zeit, werdet ihr? Ich bin so weit. 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 Der tut mir das, dass ich entgegen kann. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Okay! お疲れ様でした Das war's für mich. Das war's für heute. Diese Gericht hat es für mich, die ich machen. Er hat es toll, aber es geht einfach, wenn man einen Wettbewerb machen, nachdem ich es gut an den Bremsen habe. Ich habe einen Wettbewerb mit einem Wettbewerb und der Bremsen gemacht. Ich habe einen Wettbewerb mit einem Wettbewerb gemacht, aber es ist ein Wettbewerb, in der sich für die Kunde zu gehen. Okay wie in einem auto sieht wird dass sie wirklich aussieht auf hände sicher und schaft es ist tot und man dachte mir ist wie dies und Das war's für heute. Was geht jetzt ab? Alter. Hallo? Bei mir stimmt was gerade ganz gewaltig nicht. Bei mir habe ich gerade einen Zauber-Disconnect gerade ganz kurz bekommen. Ich glaube das lag aber an mir. Was ist das? Wie immer. Okay. Wie immer. Das war's für heute. äh, by the way, ab Level 15 können wir 5 Star Ashes farmen, ne? oh ab Datenbank 15 deswegen, wir farben gerade actually nur Trash Stuff also lohnt sich das farben gerade nicht wirklich du auch schon, weil du levelst damit deine Datenbank naja, klar passt nicht ja ja scheiße oh ne 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 ok jetzt vertrink ich auch noch was soll das ok die Ausdauer ha ha ha, Beppo ha 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 ich will da hoch ha ha nein, hör auf lass da los hoh ho 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 ha 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 Ey! Wie soll ich da hochkommen? Mach mal jetzt keine Faxen, man. Keine Ausdauer. Oh, das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow, come on. Der, das sieht übel aus wie Ghost Reaten dann, holy shit. Oh, er hat mich das wieder in Ghost Reaten-Break-Vice. Oh, er hat mich. Das war's für heute. Eine Stelle noch, dann habe ich die Map aufgedeckt. Ich weiß nicht, wie ich da am besten hinkomme. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich bleib mal von hier. Schon den dritten, wo ich es so finde, diese komische Fliege, die S1 fallen lässt. Die was fallen lässt? Äh, die Splitter für... Ach so. Ja, davon habe ich noch gar nichts gefunden. Das ist der dritte, wo ich schon gefunden habe. Ich achte gar nicht auf die Dinger, sehe ich gerade, ich habe die bei dir im Zoom gesehen. Kann sein, dass ich die schon gesehen habe, aber nur... Ja. Wenn ich weglaufen bin. Ich knalle heute alles ab, was ich sehe. Ich schaue das nie. Okay. ok Hier gibt es noch ein Schatz. Hier gibt es noch ein Schatz. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Entschuldigung ok und finde einfach nicht so 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 Das war's für mich. Ich versuche mich zu den letzten Enden, aber zu stellen, was ich. Ich bin in der Zeit, was ich so gut genieße. Ich werde mich so gut ausprobieren, wie ich mir mache. Ich habe mich so gut gemacht. Ich gehe. Ok. Ich gehe. Ja. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Vielen Dank. Das war's für heute. Oh Okay Hallo Hallo Wie geht's jetzt? Schön am Grinden Also du glaubst es nicht, ich hab meinen zweiten Pool Limited Chargo bekommen Weißt du was ich auch irgendwie nicht glauben kann? Dass ihr seit früh morgens hier sitzt, am Grinden seid, mitten in der Woche Wie ist Wochenende? Es ist nicht Wochenende, es ist Donnerstag Er denkt immer noch, wir haben einen Freitag Er lebt die ganze Zeit noch einen Freitag Aber ne, ich hab krank gemacht Nachdem ich gestern komplett auseinander genommen wurde Geh ich in die Schule Bruder, ohne Akkutiger Ich wollte komplett auseinander genommen Boah, ich liebe das Spiel, das ist so geil Das sieht sehr sehr gut aus Schau mal, mein Five Star Aber das ist so ein bisschen wie Genshin, ne? Ja Das ist komplett wie Genshin, um ehrlich zu sein Multiplayer Mauna nicht freigeschaltet Obwohl wir schon die ganze Zeit am Zocken sind Es dauert eine Arschlange Ist es denn besser als Genshin, oder? Das kann ich noch nicht sagen Das Spiel ist viel zu neu dafür Okay Ja Und besser würde ich jetzt auch nicht wirklich behaupten Es ist halt in der ersten Phase, es dauert noch Bis es überhaupt in Genshin reinkommt Denk ich mal Ja, Genshin ist im vierten Jahr, musst du bedenken Bald sogar im fünften Jahr Die machen bald ihr 5.0 Update Während Wuva grad mal im 1.0 Update ist Wollte Release also Ja, ich check schon Aber Du darfst deine Pools nicht pullen, ne? Wie? Du musst warten, bis du Online Mode frei hast Und dann joinst du jemanden in der anderen Welt rein Und Dann kriegst du 10 Pools irgendwie dazu geschenkt Okay Und das geile ist, du kriegst einen Anfangsbanner Wo du nur 50 Pools pullen musst Dann kriegst du einen Five Star Und nach dem Banner Kriegst du einen Banner, wo du dir einen Five Star aussuchen kannst Deiner Wahl Und den bekommst du dann garantiert Okay, das ist ja geil Und Waffenbanner bekommst du immer garantiert die Waffe Das ist die scheiß Kiste, die ich die ganze Zeit suche Jetzt kommt die Rear-Mono-no-no-yokan Mit dem einen Gebet bin ich auf 86% Seid ihr Damn Was muss man denn machen, um Coop freizuschalten? Bruder, ich weiß Soweit ich weiß, Level 22 freischalten Das höchste Level ist Level 80, wie du sehen kannst im Discord Wenn dir das aufgefallen ist Das habe ich natürlich schon bekommen Das habe ich schon bekommen Das habe ich natürlich schon bekommen was richtig geil ist ist das wechseln beim fight noch schon mal im stream rein ich bin schon erst im stream ach so wer guckt ihr das mal an was ist das eine völlig geile transition kellen wie connect hallo sollen das ich liebe diese animationen dem später man hat 38 starke für den battle pass und wie sieht es bei dir aus hast du spiel überhaupt schon runtergeladen erich ich bin jetzt gerade im intro ach so ich bin erst gerade hause gekommen ist heute morgen angefangen runter zu lernen aber nicht vergessen nicht pool auch nicht auf den limit limited kannst du pullen aber nicht im standard bahn habe ich noch nicht vor jason doch es gibt sowas wie in felsch stufe ist mir auch aufgefallen dass es es sol 3 na richtig das ist feld dran okay bei 20 40 und 60 geht das hoch so wie ich gerade richtig und du kannst du zurücksetzen bei alle bei alle 10 union levels ja alle 10 aha du kriegst dann auch bessere belohnungen das ist ja klar das ist so der standard ding was ist das ding denn hier auf dem map das sieht ja mir was an das finde ich nicht was ist das zu Das ist ein Club. Ich hatte solche Probleme heute beim Start, ne? Dann starte ich das Spiel auf mobile und dann übel Probleme gehabt, dann habe ich auf PC gewechselt. Dann habe ich außerdem wieder auf mobile gestartet, weil ich mein Handy angemacht habe. Ich muss mal ganz schnell in die Einstellung. Drei Schritte gelaufen, zwei FPS oder so gehabt, das war ja krass. Mein Gott, Alter, ich glaube, hier hoch haben wir es ja alles voll, Junge. Wer hat sich das gedacht? Aber warum hoch geht denn das Spiel so bei mir? Ist nur am Anfang so, war wohl mir irgendwie auch so. Das ist einfach. Das ruckelt halt nicht nur so ein bisschen, das ruckelt so exzessiv. Ja und das ist doch nicht bestürzt. Ne, doch nicht. Aber wie ist das denn? Ich bin jetzt hier aber nicht. Hier. Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier mit mir. Ich bin jetzt hier auf und ich bin dann halt und da. Ich bin jetzt hier Нижимость. Und ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier richtig. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Wenn ich das hier vorangehen, will ich mich jetzt hier. Ja. Ich bin jetzt hier. Ich check's grad nicht, was wollen die von mir? Was soll ich hier machen? Ja, wo weiß ich es nicht zufällig? Ich check das nicht, was die von mir wollen. Hier ist es ein D-S-E-N. Ich bin ein D-S-E-N. Ich bin ein D-S-E-N. Ich bin ein D-S-E-N. Ich check grad gar nicht, bin ich behindert? Was machst du gerade? Nicht mal alle drei gleichzeitig bringt was, hä? Du musst sie in einer bestimmten Rollenfolge dann. Habe ich schon. Schau mal, die gehen automatisch wieder zu. Dann ist das der Fallschirm. Wenn er offen bleibt, hast du den richtigen. Ja, das weiß ich selber, aber schau mal. Dann hast du noch einen vierten. Aber wo? Ich check hier gar nichts. Ich geh mal drauf hin. Ich hab meinen ersten Mini-Booster geschafft, äh, und habe meine ersten 40, ne 60, von den Wellenplotten ausgegeben. Oh, nice. Ich hab immer noch keinen Plan, wo man das macht. Aber gut, du musst Stufe 40 sein, weil... Der Boss, der hat es in sich. Kannst du schon, bist du für 40 Level mittlerweile? Äh, ich bin schon mit zwei Charakteren 40. Oh, okay. Great. Und mit dem dritten bin ich 37. Was denn, Union Level bist du gerade? Äh, Union Level müsste ich oder... Okay, direkt. Warte, du warst 10, glaub ich, ne? Ja, ich glaub jetzt war 10. Ah, du bist... Ja doch, du bist 10, ja. Dinger, einfach... Alle aus meiner FL haben einfach den männlichen Charakter genommen. Außer Miko. Miko hat so reingeschissen. Und ich natürlich. Aber ich sehe mich selber nicht meine FL. Das ist ja krass. Dinger, Erik, der weibliche Charakter ist im Game einfach noch komischer als auf Bildern, ne? Das ist die männlichen genommen. Ist hier nicht genommen? Ich hab den männlichen genommen. Schau mal. Bist du mein Stream? Kannst du's sehen? Okay. Was einfach noch nürger geworden. Oh, das ist einfach in vorne, die zu sehen. Schau mal da. Wild, das ist richtig wild, Dinger. Was ist das? Was ist das? Der hätte nächstes die Hose, keine Ahnung, bis da oben durchziehen können. Nein, die hören hier auf. Das sieht aus wie so'n... Komisches Bein, also so... Was weiß ich, wenn das sieht so komisch aus. Na egal. Account wechseln werde ich jetzt nicht mehr. Ich hab noch nen Account gemacht mit Mendy's and Char, aber... Äh, ne. Ich hab jetzt Gi angezogen. Mit meinem zweiten Buu, also basically hab ich nichts verloren. Ich hab jetzt noch deneau drauf so... Ich hab ihn nicht verloren. Ich hab ihn nicht verloren. Ich hab ihn nicht verloren. Du hast doch neig zu Hause. Die schadern darf ich nicht verloren. Ich hab ihn nicht verloren. Dann die Bühne irgendwie gebrochen. Geht es? ich check das nicht das wird mir irgendwie nicht auf der karte markiert was machst du gerade intro jetzt ist gerade irgendetwas runtergefallen ich hab jetzt nicht kalt es ist ja viel ist gerade runtergefallen ich Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. was ist das alter er sieht aus wie mega was kann das sein dass es so mir was ist oder so dass noch nichts angezeigt ich bin noch nicht so weit das sieht nämlich so aus wo ist eigentlich der scheiß tp-point, wie gammelt der ich bin auch so dummisch es ist ja geil wenn ich meine charaktere auf stufe 40 mache aber es bringt nichts wenn ich die waffen auch nicht mit level ja so klar sie hätte ich dann auf stufe 40er was braucht sie jetzt flüsternstern schöne wohnblume und was muss ich noch ich muss nicht erfassern oder ist das nicht ich muss aber nicht schwimmen ich muss aber nicht schwimmen muss aber nicht schwimmen ich muss aber nicht schwimmen was los Das war's. 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 Das war's cool. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Die events. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. 4 Stück. Ja, und ich hab's. Ciao. Das war's. Das war's. Ich hab's. Das war's. Okay. Ich hab's. 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 diesen machen. Das war's für heute. Fugun, meh, hachha! Moeろ! Waaah! Eih! Anko ni... Chikazuk na! Ieai! Boah! Ieai! Waaah! Ieai! Ich fühl mich hier, als wäre ich der Chasm, Alter, wo bin ich hier, Junge? Ich schwör's, ich bin hier der fucking Chasm, Alter, was ist das? Ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's... Ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's, ich schwör's! Ich schwör's, ich schwör's, ich schwör's! 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 Ich schwör's! Ich schwör's! Ich schwör's! Ich schwör's! Ich schwör's! Gehen. Das war's für heute. oh the purple chest let's go oh man oh ah oh 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 Kann ich hier die Strasse untergehen, kriege ich noch drei Kässten. Die Strasse untergehen, kriege ich die Strasse untergehen. 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 Amen. Es ist eigentlich traurig, dass mein Union-Level genauso hoch ist wie mein Databank-Level. Amen.